. . . . . . . . . Jo. Oder auf mich? Okay, almost there. Let's roll. Let's roll. Did you run away, did you run away? I don't need to know. But if you ran away, if you ran away, come back home. Just come. What a blamer, man. Blame in the shore, son. I played Black Ops before, before I woke up, I played Black Ops. And I realized that my... I found that I'm really good at the ass. I have something. What a blamer, what a blamer. und das war noch viel zu schaden Soweit ich weiß haben sie an der MP5 glaube ich nix verändern Der letzte Patch war nur glaube ich ein Tekken Nein buff ein bisschen und CZ von der Genauigkeit Äh A 3 mindestens wahrscheinlich mehr Brauch Hilfe im Connector Ich bin oben hinter dir Boah ich bin einfach gestorben Hallo Guys Hallo Ich hab glaube ich jeden nochmal einen eingedrückt Wow nice Jax Jax Eiko Eiko Bremsen Der hat dann auch Oh der hat dann auch der Ende B B Was ist das? Flash on B Ich denke, es ist B Oh f*** 52 Afrika, ich bin Ein auf der Seite Er ist plantiert Oh, WTF Nice Oh mein Jetzt können wir kaufen, oder? Ja Oh, ich hab voll verkackt Ich werde warten, glaube ich Weil den Schuss der Ich weiß nicht, dass ich ihn benutze Bläht auf dem Schmuck Deploying Flashbang Hier ist schon mal Fuuuck. 1v2. Beide waren Ramp. Nice. Geh, geh, geh. Oh, das ist B. Aber war doch nicht Ramp, sorry. Hehehe. 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 Ne, der hat Schwart die Ding nur geworfen, glaub ich. Gau, gau, gau. Ey, wie hat denn da einen Molly geworfen, ohne dass man das sieht? Keine Ahnung. Ich dachte sicher, dass es von Schwart kam, weil... Oh. Hm. Okay, wir können auch, ja, fast bei mir. Remove any doubts in your head. It's us or them. Throwing a grenade. Flowing flashbite. Wir sind nur vier Leute, ne? Hi, VP. Nerd. C. Das war nicht. Oh, ne. Das war übellangsam zwar, wie ich geschossen hab. Aber ich hab's dir umgemacht. Oh, wir beide sind die Besten und haben jetzt schon gecroucht. Beide, beide sind so scheiße rausgecroucht, Alter. Hehehe. Let's have atomies. Hold your positions. Pfff. It's injury. Now that would be no, son. Roger that. Grenade. G- B- G- public Zeстранство W- Hier kannst du Bot übernehmen. Boil. Wierer. Fuck einer ist auf B. Ich weiß nicht wo er ist. optim. Wierer. No B. Bomb. Hits B. Fuck. Connector, sorry. Da, 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 da. He's low. Na ja, du hast ihn zweimal getroffen. Ne, ne. 70 ist der. Wenn das der ist, oder 70 oder 90, ganz vorbei. Meine Warschaft. Okay. We're just waiting. We're just waiting. No. I haven't seen it yet. I haven't seen it yet. I haven't seen it yet. We've seen it in the meantime. I heard it. Ow. Come on, come on. Jump, jump. Ich glaube, das ist ein R. Ich komme von hinten, wenn du zahlst. Einfach nur nicht sterben. Der hinten ist Half-Life. Der war CT und war Half-Life. Oh lol. Niiice. Und dann abp. Nee, ich spiele eigentlich mit der Fahre. Wir sollten nicht mehr schlafen. Step-Zombie. Das ist gar nichts. Bis jetzt verbauen wir die Mitte auf. Zwei oder drei sind das. Bomb ist auf B. Kannst rotieren. Go. Ja, jetzt bin. Bomb. You can rotate. Ich komme über Mitte. Go B, go B, go B. Wo sind die da genau? Einer ist noch Apps. Was? One in Apps, du. Counter Terrorist win. Okay. Los geht's nochmal. Ich werde die Messer auch weiterziehen. Flächeln, bevor wohnen. 1 mit 1 mit 5 2 1 2 2 2 2 2 wo könnte der letzte Sonntag B selbst in Köln noch Zeit zum Motiven Wort ich habe auch blaue Kattel in der Tat ich habe Armin steht die ganze Zeit A und nichts kommt da kommt schon noch ich glaube jetzt kommen sie wieder Jetzt steh ich aber rein, der fach. Keiner mit dem. Äh, one amen. Webs. Flashing Array. Ah, das ist noch Pellets. Wow. Wow. Haha, ich habe auf meinen Schultern gezielt, wo die rausgekuckt hat. Alter, ich habe nicht getroffen. Nur noch Pellets. Holla. Nimm mal hier mal den Bot. Und töt' ich ihn halt kurz. Not. Äh. Ja. Da haben wir uns nicht unterverspielt. Ja, fuck. Weil eigentlich hätten wir den da... Ja, eigentlich hätten wir den umbringen müssen, so zu weit, ja. Ja, manche wollten gucken, dass ich jetzt hier treffen. Ah, fuck. Ich hab auch mal ein Orb-Ding wieder verkackt, weil ich den No-Scope gemacht hab. Eigentlich wollte ich den Quickscope machen, aber ich hab ein bisschen zu schnell auf der Maus. Flasht. 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 Smog. Granite out. Flasht. 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 von der nirgs dr in der war Oah, oh fuck den hab ich null gesehen, weil den hab ich nicht aufgeschlagen nicht so viel springen es Connector und Jungle links 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 der Summe umdingen um ja wow kann ich naja muss halt den Engel aussuchen oder beide ungefähr auf einem Ding los jeder hat zurückgehen müssen damit er mich nicht leicht geimpfte vom Ding Richtung um also dass sie ein bisschen bewegt das war nicht schlecht wenn ich wusste genau wo du bist als zudem gekriegt ist vielleicht die Art und wie sie können ich muss ich vor Ort mit der Bombe noch mal vielleicht wie ich dann schon und habe den Köln der Europäischen Union nach links und nach rechts und links doch er hat mich geplänt er hat mich geplänt Ludwig Monmouth Leute ich bin 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 ich habe ihn gepusht, dass du pieken musst ich habe gepiekt, aber er hat sich halt nicht gezeigt ne, er war hinten hinter den Boxen wie soll ich denn der machen? oh lol da stand halt hinter der box jetzt die die we're in da 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 und diese genauer nicht da werden muss heute nicht kommen Oh, das hat er geblendet. Ja, er ist von der anderen Seite. Go, go. Wow. Das haben wir jetzt alle in der E-KW gemacht, außer ich. Deiner hat doch 5000 anlauf 2600. Ich kann noch zwei Wochen trocken. Eck. Ich laufe ein, er flasht mich erst mal rein. Du gegen alle. Sie blenden nicht mehr, oder? Junker, Mann. Oh, Mann! Oh, Mann! Ich wollte schleichen, aber irgendwie ging mein Ding nicht. Oh, Mann. Das ist fucked up, ey. Muss ich nicht. Kannst du mich zerbrechen? Sehr tief. Hä? Ich muss kaufen. Ja, ich hab' zwei. Weil wir alle kaufen. B-Flash. Nee, zwei, drei Leute... nieder und okay er der 1 das zweite nicht bekommen letzte runde sind die auf A Gernade weiß nicht von wo schon wieder ich glaub der ich weiß einer bestimmt noch das kann auch B sein mh oh der ist mit dem glaub ich immer nicht komm komm äh er ist nicht erfolgt das ist normal das ist das geht das wo ist der wir müssen pushen mh um alle drei ich bin ich weiß nicht ich glaube er hätte blenden müssen das ist die Friesland statt da rumzulaufen so konnten wir nicht mal Afterblenden das musste ich davor werden um den Typen mehr oder weniger zu helfen die Bombe zu blenden ja außerdem hab ich viel Schaden bei dir gebraucht ja ich hab den Kopfhörer nicht getroffen das war nicht so nice ich kann mich dran ich hab den Kopfhörer ja ich hab das ist du bist du bist du bist der hat ich habe ich habe ich habe das ich habe ich habe ich habe Ich glaub Jungler ist gesmoked. Boah. Nicht um die Ecke sneaken, oder? Wir sind voll first. Lass zurückgehen, oder? Wir sind Stairs, er geht zurück. Go B. Go back, go back. You can still go B. Two or three stairs. Alter. Boah, kommst du. Ich komm von hinten. Oh, ich kann mit dieser Scheiß gar nicht schießen, Alter. Nein! B was 3. Wir sind sehr schwer, B. B ist nicht so schnell, B. Ich bin sehr schwer, B. Ich bin sehr schwer, ich bin sehr schwer. Aber... Pusher Pusher Mitte Du hast die Bombe also nicht picken War der schon hinten? Nene Können füllen Kannst machen Okay short ist einer Und side, und side glaube ich auch Ja Da ist Kannst machen, halt nicht Oh Oh Ja gut, was soll ich machen? Ich kann es so probieren Bin halt auch alleine Ja, ne Ja, ne Wow, aber typisch gewesen Hm? Aber klar gewesen Wer wäre da gewesen? Klar, also da war niemand gewesen bis auf CABP Achso, ja Kann es gehen, hm Kann es gehen, hm Ich würde eigentlich zwar auch mit ICO'n, aber hey ICO als Antwort bitte Oh fuck Block der blaue Oh lai Der blaue bleibt am Sporn stehen Komm, äh schleiche andere, andere schleiche Dann kann ich dich window boosten Tja Der blaue bleibt am Sporn stehen Der ist auch in der window drin Einer ist short Einer ist short Einer ist short Einer ist short, einer ist window Tja Ok, muss zurück Dann weiß ich ihn Der ist weg Ich bin weg Der ist 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 weg Er ist weg eine schwarze hinter uns könnte auch jemand sein hinter uns ne doch der kommt wo ist der letzte ich glaube ich habe in andere gehört ich bin mir nicht sicher weil so ein uhr wir haben sicherlich noch gegeben genommen wir haben noch keine einzige runde geforscht bald also älke vorbei und dann will das schon aufgehen es kommt ja schon der vollfall ich habe die ganze zeit nicht mehr gemacht ey das ist meine gewissen Bauch da da das unterloch war ich hasse es der 5vp begin ich würde nicht getradet nicht verkackt komm, 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 komm komm, komm, komm komm, komm renn wir mal noch nicht drauf, sondern halt einfach nur die Rotations mehr oder weniger vielleicht kommen sie von hinten wir haben nämlich noch Zeit 1 von mid chip, no chip chip, no chip nein ich hab das vor mir gefilmt hast du eine Lebensmacht xd n nen 5 oh 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 mein Gott. Dann, dann, dann push. Kannst du nicht mehr abkampfen? Nee, nix. Wauw. Der ist Snoop�, oder? Ich kann nicht mehr. Ist tot, ist tot, ist tot. Wut? Blende, blende, blende. Ich kann nicht mehr. Blende, blende, blende. Wut? wo ist er, wo ist er, wo ist er da muss er, ich warte auf dich ich warte auf dich einer ist Connector einer ist CTO einer ist CTO wow den einen im Jungle, aber ich verstehe nicht warum wir nicht einfach planten es macht keinen Sinn wir sind on-site und dann wird nicht gepackt ich habe nie geplant ich habe nie geplant weil man noch leid in die Baum verstehe ich irgendwie ich habe jetzt wieder gekauft, dich kippt warte 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 die 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 Ja, kann man sich die Runden auch bespielen. Ich hoffe, dass die keine Elo ist und bekommen die Gegner bei den Pothons zu müssen. Doch. Das wäre schon was Faires. Natürlich. Naja, das Faires ist auch nicht. Weniger bekommen. Wir haben nur in der Runde 2. Ja, auch nicht weniger, weil die Qen ab dafür, dass sie wahrscheinlich gewinnen oder verlieren und dann verkacken sie einfach. Ja, dann läuft der. Nee, zu. Oh, lol. Sind die anderen alle gestorben. Wir haben die Zähne. Wir haben die Zähne. Sie können nicht mehr von uns zu tun. Wir haben die Zähne. Und wir haben die Zähne. und das band jerry sei es ist schon richtig neuer ist ein das ist die feste alle und zahlen oder weiter mache ich heute noch ein ding das eine blatt fertig von matthew Das ist Fack-Übung. Kann ich morgen Lineal-Algebra machen? Dann hab ich statt. Kannst du mit der Flashen? Ja, ich kann mit der Flashen. Ich kann auch Smoken. Ich flashe einfach. Nachdem die Flashe poppt, um die Ecke picken. Ja, voll Flasht aber, ne. Naja, du musst zwar ein bisschen wegschauen. Ich war noch hinter der Ecke, aber hab Richtung Mitte geguckt. Connector. Wenn du reingehst, rechts oben. Das ist wahrscheinlich dumm. Oh, da. DÖ! Die Flashe. Ist der nicht getroffen, oder? Das ist der nicht getroffen, oder? Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh jetzt, glaub ich. Ich geh im Maage früh aufstehen, im Maage um sechs aber geh in Trolls. Das heißt, ich geh joggen und sowas. und geflüchtet machen will es weil ich nicht er kommt auf eine Art von dem Markt ist und schon ja warum nicht so Fuckin' see wie mache ich das ich verstehe nicht Und sonst. Und sonst. Und sonst. Und sonst. Auf jeden Fall habe ich gerade den Stream angemacht und habe halt geredet und dabei den Stream halt von mir selber angeschaut, jetzt kam die ganze Zeit mein Ding in Wiederholungsschleif. Ja, schon klar, fand es lustig. Oh, fucking falsche Runen, what the fuck, ich hasse das, ich hasse das, auf Irelia fucking Guardian, du willst mich verarschen, gegen eine Quinn, wie soll ich die denn machen, das wird ein tolles Early Game. So. Au. Okay. Oh. 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 Voilà. holly shiit Hallo Michi Michi du musst mich supporten Ich leide am Am Ha Am Orte ist man genannt Kennst du das im Spastiko Video? Ich weiß es nicht Kann es schon sein Also ich habe jemals gesehen wo man die ganze Zeit Hoch rumschreit Alter Ich habe vorher meinen Stream angemacht Und dann geredet und habe meinen Stream auf den Sound angehabt Dann hat man mein Ding die ganze Zeit in Schleife gehört Alter, jetzt kommt das Stream Ending zu Ja weil ich immer wenn ich raustappe aus irgendeinem Das muss ich nochmal umrühren Hier, ich spiele hier mit Guardian, Alter Neu Eremita Du musst noch zwischen Da Also zwischen dem D und dem A Noch so ein I in Klammern setzen Weich? Wie in Klammern Ja Da Junge Steher Loot Loot Ich habe vorher wieder 4 Stunden gepennt, Alter Keine Ahnung Ich werde irgendwie glaube ich krank Ja Es ist halt echt Zurzeit Mega Keine Ahnung Ah Ah der süße Geschmack Ich mache jetzt Fritz Cola Ja Fritz Cola Muster Ich muss die auch mal herkommen Seitdem trinke ich Fritz Cola Weißt du aber die Irgendwie ist das Keine Ahnung Es kommt so voll als würde ich jeden Tag Fritz Cola trinken Hallo Das war einfach den Kasten, den ich gekauft habe Es hält sehr lange, weißt du? Es ist einfach Es erscheint vielleicht einem als viel Geld, wenn man es kauft so Aber ich glaube das ist es wert Es ist wie kleine Dinge im Leben Verstehe schon Die kleinen Dinge, in der er eben bei den Cherries reist Ja, habe ich mir heute auch wiedergegeben Ich habe mir heute wieder bestellt, über den Tag gehen Das hat bei der Simon alle schon erzählt Was denn? Was denn? Was denn? Bei den JVIs, die wir uns bestellt haben Ja klar Ja, die Simon fand ich entschuldigt Ja Hallo Die misst alles Was tut sie? Was tut sie? Das ist Lula Aber ich auch vorher meinen Start Ich mache halt Null Schaden, weil ich mein fucking Guardian Ich habe keine Bonus AD, nix Tele-Bahn in BP Tele-Bahn in BP Hehehe 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 Also ein Kilo Ich weiß auch nicht Da hatte ich richtig Bock Was war's denn für'n Geschmack? Hehehe Strawberry Cheesecake Hehehe Das habe ich mir ein Like gegeben Hehehe 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 Weil dann sieht man das Ah ne, weil dann ist wieder Streamendings so, wenn ich rausteile Ich kann das Teilnehmer schon Ja, du bist dein einzige Teilnehmer hier auch Hehehe Aber ich habe jetzt gerade erst geliked Hehehe Hehehe Like da gelassen Ich hab' ich hab' als zweites Geliked Ja, aber jetzt sind drei Likes Ah, ja aber im ersten Like Das wundert mich Der erste war ich, weil das war 001 Also ich hab' vieles darauf gemacht Ja, dann wundert mich der dritte Like Hehehe 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 Ein ABO ist da, Aliante Wohl Hehehe das kommt noch von früher ich glaube der Account ist der Scheißer Hälfte und zwar als ich wird die Gespieler sehen die Führung der Nürnberg alle Krimpflügel Krimpflügel die Entschuldigung voll verschießen ich werde nur mit kompletten idioten gerankt wenn ich gold 1 bin sobald ich silberinite 5 bin kriege ich wieder richtig oder also nicht richtig gute aber halt leute ich bin ein bisschen antwort vom spiel und nicht jede runde Bokinger und Bekau er mag es dann auch dazu und geben es so leicht leben wir hatten aber es ist ja ich will das ist der Mann sei der Fall richtig schlecht oder für die ganze Zeit wollte er weil er als erster Stürmer oder fängtes Becks dem Lande wir haben so schlussluss das machte ich er er aber die reden wenigstens was nett ist, weißt du, was wir dir mal anschauen, was wir nicht da gestern teilweise wie die Mates hatte, das war einfach nur schlimm also du spielst da, und dann schaut dir der Typ die ganzen Nähe an und gib dir so Tipps Alter, ich habe gerade einen Solo Kill gemacht, ohne dass ich irgendwie sinnvolle Runen dabei habe das musst du mal ja, weil ich ein bisschen gemissplayt habe, bin zu spät rein aber trotzdem musst du mal geben, ich habe ein kleines bisschen gemissplayt, plus falsche Runen und ich kann die trotzdem machen, ja, weil ich Relia Benz ja, ich hatte nur Cloth Armor als, als Dingsdale und gute Potion Cloth Armor ja, ich habe irgendwie habe ich gerade den Ausdruck voll hart gewusst oh nein, ich bin da wo ist denn die Bitch? Mist, lustig wenn ich die Amaput habe ich bin da, ich bin da 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 wowie Hehehe Woewee boys, woewee Woewee So last time weeeeeee Weeeeeeeer Racken Ah, ich weiß nicht, was ich auch gerade bin. Fritz Kohler Tö, hier macht es sich richtig und artistisch Oh lol, die bleiben einfach stehen Der Beige Rennen Ingenierie Oh 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 Goddammit Oh 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 die Oh, ich muss zu wenig schauen. Oh, du wohnst, hab ich den jetzt nicht. Das große Spiel, was ich mache, bei jedem Aufwärmen, mache ich jemanden ein bisschen niedriger die Maus im Betrieb, keine Ahnung. Ja, also ich bleibe bei meiner inzwischen. Wobei ich mir manchmal halt echt denke, entweder bei euch ein größeres Mauspad. Oder ich muss die Empfindlichkeit wieder hochstellen. Ja, ich kann auch nicht über die DPI einstellen, was ein bisschen abfuckt. Nicht? Ne. Also ich kann sie halt über Windows-Ding einstellen. Ja. Das ist alles. Ich bin einfach AFK Toplane und gewinne. Easy peasy. Soll ich mal jemanden aufregen, man kann hier aus der IDO hell kommen. Und jetzt mal, wenn ich die Sensitivität runter mache, werde ich besser. Und ich weiß, ob das ist, weil ich... Also das meistens während dem Warmspiel machen und dann einfach nicht warm spielen. Und dass ich besser bin oder weil die Maus im Betrieb, also wenn die Wiener... Also wenn die Wiener... Ja, du kannst ja einfach so einen Punkt an die Wand setzen. Und dann versuchen, den zu vollern. Und wenn das einigermaßen gut geht, dann heißt es ungefähr, dass das deine Mauswürdigkeit ist. Also beim Laufen meint sie den Rollen. Oder wie? Also du läufst halt dann rum und versuchst ihn zu follow. Das Spiel ist eh schon over. Oh. Keine Ahnung, ich habe jetzt mit Alistair halt ranked gespielt ein bisschen, gell. Das ist einfach easy peasy. Ich glaube, das ist einfach mein bester Champ. Ja, aber Support ist bei mir auch... Mir macht auch Supporten gerade wieder echt Spaß. Keine Ahnung, einfach da hinzurennen. Deine Lane kannst du rumümmeln, Alter. Keine Ahnung, kannst deine Eiger schaukeln. Mir macht Support eigentlich immer Spaß. Außer ich bin halt... Also ich spiele das so am Stück so... 100 Spiel. Und dann hat man natürlich gern Bock mehr. Aber eigentlich habe ich immer Bock auf Support. Ja, ich hab... So weißt du einfach, weil ich schon alleine den Gegner schon ADC manchmal von Yvonne machen kann. Und das ist schon mal was Nices. Keine Ahnung. Und einfach das Roam und so macht auch mehr Spaß, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, Top-Lainer oder ADC bist, wo du die ganze Zeit fahren musst. Boah. Ich hab halt so ein paar Videos angeschaut von so Pro-Playern, die in Fishy-Plays. Das ist schon immer ziemlich verdächtig, weißt du? Ja, ja, aber... Du musst dir halt auch mit anschauen, wie oft die das halt versuchen, ne? Ja, klar. Ja, deswegen... Irgendwann funktioniert so... Manchmal weißt du halt einfach, Mann. Aber sonst, wenn da einer in Fall ist irgendwer ganz weit hinten steht und nicht mal da von der Tür und dann... Der zeigt genau auf den Kopf, bleibt so eine Millisekunde drauf. Während der... ...wenn 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 der... ...spielt, ja. Kann verschieden sein. Ja, ich... ... bin auch der Meinung, dass... ...ja... ...ja, aber ich habe jetzt in einem Jahr ungefähr 500 geschafft, also... ...und ich habe nicht viele gespielt eigentlich, so... ...also ich halt jeden Tag, so wie ich LOL spiele früher. Ich meine, gleich irgendwann... ...irgendwann... ...hast du halt immer weniger Bock wahrscheinlich, aber... ...trotz... ...ich habe ja... ...also die in LOL spielen deutlich mehr, kommt mir vor. Aber was halt dann nicht dazu zählt, bei diesen Dingen sind die Scrims und die Scrim... ...und die... ...die meisten sagen ja irgendwie, sie lernen nur durch Scrims was. Also ich glaube, die Scrim-Stunden... ...Hall... ...Hall... ...Hallten da einfach nicht dabei. No, no, no. No, no. An enemy has been slain. An ally has been slain. Oh, da hat er wieder aufgespricht. Haha... ...der Vega-Damage. Leut... ...sind einfach der rausklauche... ...die Jungen's... ...und ich probier jetzt auch grad mit 4-zu-3 zu spielen... ...doinkst du mir eigentlich auch ganz gut. Ja, keine Ahnung... ...also du hast halt... ...du siehst halt deutlich weniger... aber es ist nicht so viel weniger weil du du musst halt dann ein bisschen sie soll aussuchen wo du da hinschauen wenig Situationen wo du wirklich dieses vergrößerte POV brauchst weil sonst sollst du dich ja eh so positionieren dass du den möglichst kleinen Winkel aufzudecken hast deswegen dachte ich mir ja eigentlich so ein großer Nachteil und deswegen und du deine Köpfe sind halt größer also das wobei ich aber gemerkt habe immer wenn ich zurück switche treffe ich eigentlich teilweise echt viel besser keine Ahnung weiß auch nicht hehehe 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 Was ich an LoL-Spielen cool finde, dass man Musik hat. Ja, voll entspannt, wenn du eine Runde LoLs spielst. Das ist auch nicht so hektisch, was du da hast. Auch die Dauntime ist ja nicht so gut. Auch wenn sonst das nur Dauntime, wenn man nur Leuten zuschauen musste ewig lang, das ist irgendwie auch kacke. Gewonnen. Die waren alle so gut. Hab ich auch ne RAD, ja. So wieviel Worlds Token hab ich denn schon? Verstim... Egal. Ich hab meine ziemlich coole Workshop-Map runtergeladen. Ganz nice sozusagen. Weil das ist das, was ich gemeint hab mit dem... Horizontal, also noch ein bisschen Vertical. Achso. Ey, ich find das... Keine Ahnung, das Vertical ist eigentlich so wichtig für... Wie heißt denn die, man? Weiß, kann ich nicht. Kann ich mir das nachschauen. Keine Ahnung, oder? Achso, ja. Training, unterstrich, unterstrich, aim, unterstrich CSGO 2. Oh. Also es ist halt so ne... Es wird immer erscheinen, was die man schießen muss. Ein Bezidscheiben. Normalerweise müsste ich glaube ich... Weil irgendwie kurz wir abgeschnitten waren... ...ein bisschen abgeschnitten ist es glaube ich... Mmh. Bisschen abgeschnitten ist es glaube ich... Mh. Ich verwende das halt jetzt mit dem Strafen, dass ich gehe mal. Was hast du hier jetzt gemacht? Oh, ich kenn mich einfach nicht aus. Oh, was solls. Oh. Oh. Was ist eigentlich diese Einstellung? Dass bei Spotify die Lieder übergehen. Ne, jetzt gehts. Ich muss auf jeden Fall noch einstellen mit dem... Ja. Das war nicht das Richtige. 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 Puck auf ein Game. Jo. Das war nicht das Richtige. Der Simon hat schon gesagt, dass er TTT nicht mehr aufnehmen will. Ja. Das ist zu viel Arbeit. Ja, das ist ja sein Ding. Ne, weil ich bin am überlegen, weil eigentlich der Herman Wolk kann das aufnehmen und ich von der Sicht her. Ja. Der Domi kann ja auch aufnehmen. Ja, der Domi auch stimmt. Dann könnt ihr das einfach ihm schicken. Und er den Scheiß halt rendern. Ja. Ich finde es nicht egal. Von mir aus kann man auch ohne aufnehmen. Ja, mir ist das eigentlich auch egal. Ja. Also ich spiele genauso wie mit mit auch ne, wie ohne auch ne. Von dem her. Ja. Boah, der legt. Der gelegst den Eder, oder? Ja. 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 Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ja. 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 Viel zu nice ne. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ja. Ja. Ja, oh ho Eigentlich könnte ich doch beim Streamen einfach so Netflix schauen, weißt? Und dann? Müssen wir das mal ausprobieren. Das ist mir wurscht, ja. Dann stell ich mir halt einen neuen Account. Ja, dann schauen wir mal Maniac weiter, ne? Kannst ja mitschauen. Ja, dann bin ich 10 Sekunden mehr oder so. Ja, ich hab nie wieder Netflix, also echt nicht mehr raus. Ja, das ist null problemo, Alter. Ich hab mal wieder Bord Madman zu schauen. Ja, Madman, ja. Aber ich will nicht, weil, weißt du, fang ich wieder mal Rauchen an. Aber das ist so gemisst die, also die, die einfach, die rauchen die ganze Zeit. Weißt du, wie schlimm das ist? Da riecht man so fort. Echt heftig. Ja, die werden doch bestimmt nicht nachschauen, oder? Bei so nem kleinen Stream, wenn ich da Netflix schaue, weißt? Ja, keine Ahnung, wie das da ist, ob wir da... Das ist, das geht auch noch mal mit dem Algorithmus, oder? Die suchen ja Bilder, aber das ist ja keine Ahnung. Aber ich weiß ja auch nicht, keine Ahnung, wie das da ist. Ja, die haben halt über Algorithmen wahrscheinlich drin. Musst du dein Facecam mal so mitten rein planten. Wie bei YouTube, wenn man die Sachen weiß. So Emojis rein. Ich schaue mir jetzt ein inkognito Spastiko-Video an. Warte, dann schau dir das Hoff-Syndrom an. Mach mal was du dir da auch. Okay. Äh, doch. Das Hoff-Syndrom. Warte, ich such das Hoff-Syndrom. Na gut, du machst den. Nee, du machst den Watch-Syndrom auch. Okay. Weil letztens habe ich irgendeine Streamerin gesehen, eine Französin. Die hat den übeln, fetten Arsch gehabt, Alter. Richtig extrem. Aber war die fett, oder war die... Nee, die war einfach richtig trainiert. Ja, ich glaube, die hat einfach nur so 24-7 in Arsch-Dress. Squats all day, every day. Genau. Yeah, boy. Okay, jetzt. Das sind die Twitch-Stunts. Jetzt entweite ich dich mal, ja. Läuft's für dir? Ja. Ach, shit. Ich pausiere. Ich pausiere. Ich muss annehmen. Raus, ja lol. Ja, voll geil, liebe Apple, ne. Let's roll. Wollen wir jetzt weiter schauen, oder? Ach so. Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, nach dem Spiel wahrscheinlich besser. Die Ladezeichen, den siehst du, sind halt echt extrem, wenn du das eigentlich so überlegst. Also reintappen zumindest. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, wie das noch sein kann. Ja schon, ja. Neuer Klein, alles Dinge, aber... Ja, aber wollen wir halt auf jeden Fall sagen, was die machen halt auch nix, seitdem das Spiel rausgekommen ist, oder? Ja. Cache nochmal eigentlich durch die Skins und das ist alles. Hehehe. Das war jetzt eh das Größte. Na fuck. Ja, der Patch war ziemlich extreme. Und das ist eigentlich, wenn du so ein LOL Patch mal vergleichst, und alles nix. Also, keine Ahnung. Das war jetzt. Ja, wie. Alle haben offen, die Boys. Mach ich auch gar nicht mal. Ey. Reingedlunzt. Hehehe. Alter, ich bin ja richtig schlecht gegen Pasha No Beats Hefs, hab ich verloren. Alter. Alter. H-A-A-A-U-E. Aber abgedrückt! Alter, irgendwie geht mir mal bei meinem Tastatur nicht. Ich glaub, da muss ich Batterien nachmachen, weil das fucking guttut wird. Hahaha. Ich mach dich jetzt erstmal mit der Galilei, ey. No la. Was tun die denn die ganze Zeit da hinten? Na Halle. Was wollen die von mir? Alter. Ich sprake mich aus Junge, ich hab kein healer, hab überhaupt keine Ahnung wie das funktioniert Ich geh mal in der FPS, das würde ich aufnehmen bei 200 Mein FPS ist ohne Aufnehmen bei 70 grad Die waren nur 70 Ah, jetzt gehts, ne Warte, mach ich mal schnell, vielleicht watch später Besser? Weil ich hab, also ich hab, ich hab das wenigstens bei 120 Ja, ich mein, eigentlich machst du ja nicht so viel Wenn ich so überleg Ja, FPS sind schon wichtig Ja, gut Aber wenn ich so überleg, wenn LOL zum Beispiel Dann hab ich auch immer mit 60 gespielt Wir renovieren Boah, so schaut's aus Er ist mir wieder gestorben Auf A, oder? Weil ich glaub ich krieg gleich nen Herzinfarkt, Alter Weil ich dieses Eis gefuttert hab Alter Alter Das sind beide Ah, Mann Was machen so denn da zwei Leute? Die sind nach BG gegangen auf ihn Oh, Leute, einer hat gepiekt und nicht geplant sind Ah, ich... Oh fuck Keine Ahnung, ich wollt grad einen Knifen, weil ich dachte da wär nur einer Ja, aber ich hab alle meine Schüsse gewifft Weil ich hab mich hier überhaupt nicht konzentriert Der ist richtig spät Geil, ich spiel jetzt mit der Deagle Ich hab alle Schüsse verhaut Erstmal Deagle ausbauen Ja, ich muss mich konzentrieren, Alter Warte ich, ich spiel jetzt, ich schau mir jetzt meine Waffe an da mit der Deagle Weiß der wie das ist? Da macht hier so ne nice Drehung und dann pieke ich Ich lass uns halt Ich lass uns halt Ja, los WTF, Alter, was macht denn dieser Ah, ich hab wenigstens One-Tap gemacht, Alter Da hätt ich schon wieder weg gesehen Da hätt ich schon wieder weg gesehen Der eine, der ne Deagle vorher gekauft hat und nix gemacht hat, Alter Kauft gleich nochmal Naja, ich save für die nächsten Runden, weil ich dann dann der Rob kaufe Ich geh nämlich nicht davon aus, dass er die gewinnt Ich bin mega hart am Baiten, Alter in den debris Ich kann nicht mehr Das war so schlecht aber trotzdem ich bin denn die daraus gibt es sich gegenseitig ab und mann wenn ich mich nicht mehr es gibt er ist für solche Situationen sollte ich einfach ein Wort spielen weil dann ist das easy-peasy erst einmal kurzen Prozess Pakt 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 oder kommen die Granate der mich voll angeschaut aber das linke Seite hinten bei bei Junge das kann man ich stehe das Wort drinnen der kennt sich gar nicht mehr aus ich kacke mir ein Alter Pakt 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 st da oder Sklaußer gerade im Schnee gehört er wie machen wir goingehen es immer noch oft devil zu Hause die Läge der Läge haben ab und der T-Bag der die Europäer Prozent halbieren mann vor uns bilden vorweg alle die gekauft die Tore Prozent und kapitel die Welt ich habe die VW geht sogar ab auch ab Neps von den können traurig traurig dauerl ist langsam holi verabschiedet Activate in the bomb! Slapbank! Bomb! War aber beide so schlecht. Immer zu den Bobbys. Ich bin auf den drauf gelandet. Ich hab die meisten irgendwie zerholt. Oh fuck. Ah, der stimmt den einen am Balkon. Zwei Tüten. Jaleel. 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 Schlamm. Naja. Ich weiß jetzt, wir sprechen. Jumann! 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 Ich slag den Flachbank. Lor! WTF! Gib mir den Helden, Alter! Mit dem Flachbank. 3 bei Junge ein Jahr war dieser der nun mit ihm der zwei Schüsse für mich geworden wo ich low war. Was war das, bitte? Keine Ahnung. Komm, stimmt von hinten gleich. Terroristen gewinnen. Wie dominier ich das Leaderboard, alter? Ich bin dominier. Das waren aber auch easy-tracks. Der hat einfach die Smoke gepusht. Ja, der eine war, den ich umgebaut habe. Der hat schon wieder einen Teammater. Hat den abgeknallt vorher. Hehehe. 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 Wie die beiden Bobs wieder geflasht sind. Hehehe. Dein Talibau. Schmerzen dielift. Alter. Oh. Oh mein Gott. Alter, oi, oi, oi Ich weiß, dass du nur den Respekt hast, guck mal Ich bin letzter, Alter Oh ja, ich hab mehr Kills als die vor mir, Alter Ungerechtfertig Leben ist unfair Ich fühl mich unfair behandelt, Alter WTF waren die Flash? Ja Oh lol, fuck Ach, das war dumm von mir Ich hab' nicht mehr drin, ich hab' ein bisschen welchen, ich hab's mal Oh, ok Lul Ich bin der Letzte Ich hab' nicht mehr Hahahaha Oh lol Wie kommt der von hinten? Scheiße, Junge Ich wollte, ich dachte, der chillt auf A Weil ich halt den auf A nicht umgebracht hab Ich hab nicht erwartet, dass er einfach pusht Schade Aber Da wollte ich auf B die Flash werfen Damit er vielleicht denkt, ja Ich geh nicht B und dann wär ich A gegangen Ah, fuck Ah, die andere Fuckin, ja Komm mit euch mit Noll, wie 61, Alter Ich glaub, wir haben nicht Counter gestrayt Oh, noll Hahahaha Äh, in-Apps, in-Apps, in-Apps Kommt einer Das schaut grad keiner nach Okay, jetzt schaut einer Apps City ist wahrscheinlich jemand Ja, ist ne Op Und der, die Op ist nicht so gut Hahahaha 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 Wer macht ihr da? Tut mir leid Ich bin nicht so gut in diesen Kassensituationen Hahahaha 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 Der Typ ist Hahahaha 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 Juuu War da noch, ne da war noch einer in dem Loll gesehen Hahahaha Der war rechte Seite Naja, das war ganz, ganz Dingsig Hahahaha Smoke war irgendwie so, dass er da von rechts nicht gesehen Sehen konnte Keine Ahnung Also Ich weiß, dass alle Kontaktpunkte da Eigentlich mehr oder weniger, die es hier gibt Haben die CTs Vorteil Also die Die kommen schon Was? Nööö Die kommen eher lang Die kommen eher B Und so weiter Also Auch Apps zum Beispiel Ich bin vollflasht lang Ah, pusht einer Komm lang Aber braucht die Zwei Aber Ja, fuck Ich hab nicht mal nen Hit gegeben Ey, der pusht weiter Der pusht weiter Na, fuck Loll Das war bad Oh man Wir hatten einen weniger, der nichts gemacht hat Also der hat mich gerade auch so gemacht Ja, ich habe auch gemisst Kannst du mir ner aufdroppen Kannst du mir ner aufdroppen Kannst du mir ner aufdroppen Und drob ich dir ner AK Und drob ich dir ner AK Rrr Boah Boah Jawohl Jawohl Sogar B kommen die halt eher Das heißt eigentlich Kann ich nirgendwo pieken Wenn ich nicht Ohlo Nice Den hab ich geleckt, leh Ich muss ganz ehrlich sagen Ich wollte den ersten umbringen Und dann kam der zweite um die Ecke Gehuscht Ist instant gestorben Okay Okay Auf mir wird zählt hier Okay, die Bombe wird wahrscheinlich von A in Ebs und A lang gedeckt Warte leise Okay, einer ist direkt hinter der Wand da Wo wir immer angreifen Oh nice Was Ich geh vor Ich geh mit der Pistole Okay Okay Da wird Okay Der ist Oh no Ne, halt ich Fuck Ich wollte eigentlich nur traden Fuck Das war ein bisschen blöd Ich dachte der wär close irgendwo Alter, das ist schon krass wie der uns hier in OneTabs hier gibt Ja, das war heftig Ich spring sogar ein bisschen rum, weißt Schauen wir mal, der geht glaube ich immer lang Flasche Der ist eine close Nice to stone Noch einer glaube ich Ja, der geht dabei Ich flash nochmal drüber Hinter uns kommt bestimmt gleich jemand Hinter uns Einer ist inside Oh und hinter Ja Ja Der letzte ist auf A Ja 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 Geh durch Ebs Ja der ist da noch An der A Ich bin der A Ich bin der A Ahso Ich hab eine M4 Wischst du dir? Lange nicht mehr gespielt haben das ist deine ich komme e 8 5 die weil er war weil ich wieder dumm rum wechseln die skochen d Ich weiß nicht, ob ich auch gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich das spielen will oder nicht. Ich bin ein Risky von meinem Halt. Kannst mich boosten? Also du bist da. Ja, dann hol dir den. Ich weiß nicht, ob ich das spielen will oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich das ist. Okay, kommt zwei. Oh, ich hab mich geschossen. Ja, die haben wir gleichzeitig draufgedingst. Oh, fuck. Ich hab vorher... Ich wollte den einen grad holen, dann piekt der andere. Genau in dem Moment, wo ich auf die Pistole wechsle. Das ist vielleicht mal ein Lucky, Alter. Gehen wir mal in den Habs rein. Auf Balcony oder sowas. Der Typ ist raus. Fuh! Der ist einfach halt einfach. Oh, ich hab daneben gedenkst. Alter, ich kann nicht mehr. Naja. Also einer Push-Dabs. Ach. Boah. Boah, wie ich den einen da nicht befreuen. Aber deswegen, glaube ich, ist das ein bisschen CT-Sided. Naja. Also ich glaube, die Map ist eher CT-Sided. Weil du halt wirklich überall zuerst den kannst. So kannst du eigentlich nichts waschen. Weil es scheißegal, ob die einen schlechten Spawn haben. Also wenn sie einen ganz schlechten Spawn haben und die T's... dann kommst du vielleicht gleichzeitig da an. Aber ansonsten kommst du immer zu spät an. Ah, diese... Dingspumpen. Kannst du mich boosten hier? War da einer? Ja, der Hand blockt mich, Alter. Oder ich boost dich. Wie, ach... Unten. Unten. Noch einer. Noch einer da. Da wie die... Kim B, glaube ich. Über Apps. Einer noch Apartments kann waren? Ja, ich schaue... Ich lohns da gerade Valcyny oder so. Okay. Ja, die sind B. Ich habe gerade irgendwie gedacht, wir wären noch zu viert. Beide Apps... äh, Valcyny meine ich. In dem Ding. Okay, eine... Nice, der andere ist noch weg. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. In the middle of Austria. Hehehe. Ich spiele auf A-Neps. Also da... Nein, ich könnte die auch pushen, glaube ich. Ich glaube nicht. Sollte auch ein A-Neps kennen. Ich habe einen MP7. Sollte auch ein A-Neps kennen. Ich habe einen MP7. Lang kommt einer vor. Noch einer. Hin zu uns. Oh. In der AK. Noll, die picken wieder gleichzeitig, Alter. Was ist falsch mit denen? Ich spiele viel zu ordiniert. Das war nicht Absicht. Ja, aber das passiert mir schon zum dritten Mal oder so, dass die gleichzeitig mich picken. Ja, dann würde ich mal B schauen. Ja. Die haben fast alles geklärt, aber bleiben da halt einfach. Ah, okay. Ja, das ist der Uf. Was ist da? Whatever. Das war ein Rallye. Der eine geht jetzt auf dieser Araderadek. Sie haben richtig. Die sind witzig. Der Apps ist irgendwie nicht so easy zu defen, weil du halt von zwei Seiten reinkommst. Außer man hat halt jemanden langstehen. Dann ist das wiederum ziemlich easy. Aber wenn sie lang absmogen, dann ist das wieder nicht so easy. den Kost 0 wie habe ich alle das habe ich habe gerade voll auf die Mini-Map geschaut und Punkt gesehen hochgeschaut und dann stand er schon da das hat mich voll irritiert weil ich das nicht erwartet also man kann da doch hier hin oh, das ist vielleicht schon Slashback Pff Pff hat er weggeschaut oh man boah so, ich würde jetzt für Force Buy'n und dann können wir noch Geek und danach außer der Anthony, der kann ich weiter aufsparen Move it! Move it! Ah, ich habe ihn einmal gehittet, nice Oh, noch einer auf der linken Seite Oh, immer noch nicht Oh shit, da muss ich dich nahe haben Fuck! Ah, gut, wir haben ihn getradet Einer war im Netz, denn Ja Loll! Okay, gut Okay, gut Geht erst lang Glaub dir geht B Die Bomben sind immer noch klar Oh, leute Fuck! Nein! Viel zu viel Sound gemacht Ja Dachte ich hab die Bomben voll vergessen Hey, ich stehe jetzt zurück Nee Ich halte jetzt einfach einen Angle Bei Wie war CT? Er sieht mich halt zuerst Ja Ja Ich hole ihn auch nicht Nee Ich hole ihn auch nicht Wahrscheinlich war er hier so Ah, doch Ich glaub eigentlich müsste man mich da sehen Ja, die Force Buy'n wieder Ja, wir haben ja gewonnen Kannst du ihn mal kaufen Let's go, let's go! Ach, scheiße Loin, jetzt hab ich mir mal geklaut Oh, Gott Fuck, geht das? Area secure Ich steh mich nicht Ich steh mich nicht Ha, 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 ha Feucht ein Grenade Smoke Okay, keiner war lang Okay, Bomben Ähm, 38 Helps Lang ist offen gewesen gerade Bomben? Nee, nice Ich halte lang Okay, letzte war Mitte Ich pushe lang Oh, nice Nö, nice Fuh Puh 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 wasser wasser alter so wie er hat er gewusst dass der in apps nicht mehr drin war ich weiß nicht ob der es selbst gemacht hat oder so also dass er nicht mehr an den Tür herum gestanden ist und dann hat er doch gewusst dass ich da so komisch weit laufe da waren wir dann was anderes jetzt muss ich mich selber popflashen schau mal ob ich das hinkrieg fuck viel zu weit was 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 wie habe ich den jetzt nicht umgebracht oh voll der war fullflash Mann da kommt einer ach so ja ich versteh nicht wie ich den ja ich hab auch geflasht dass die Arme schon mittendrin gestanden obwohl die Fresh eigentlich ich versteh nicht warum ich den Typen nicht umgebracht hab also wieder nur drei Schüsse getroffen haben und das B oder? ja ah ok der könnte jetzt auch A sein oh man das B ist da ist für ich bin auf ich bin ich bin das was kann ich jetzt geht der da aber ja jetzt nur ob ich gelang doch fang schießt mich aber nicht ja dafür stirbst du was das ist so gut ich denke mir weißt du wenn ich mich so hinstell kann ich zu reden also er kann werden aber nicht das heißt keiner zu reden aber ich hätte auch Zeit stehen bleiben sollen glaube ich auf den Typen da unten warten er scheißen es ist die ich gucke Spocken Forceball aber ich werde nicht Forceball die Forceballer auch noch nächste Runde ich weiß auch nicht warum ich weiß auch nicht warum ich bin eh wahrscheinlich auch zu sicher ich stehe ich kann nichts was oh lang einer oh lol als ob hol komm was Alter ich hab echt langsam verstehen Wolf was was der andere hat ihn der Op aber der ist Low komm schon peck mich hier bitte Nein Ich weiß nicht Die Sauens ohne Witz Ich weiß auch nicht Bei mir ist das halt Ich von Anfang an Falsch eingestellt Weil ich 7.1 Minderungs aktiviert habe Und er irgendwie Bugt das da teilweise rum Und so Und irgendwelche Enchantments und so Noch anhabe Aber keine Ahnung Ich habe jetzt Ernsthaft wirklich gedacht Der steht da unten Auf der Treppe Also jetzt nicht ganz unten Aber so den ersten Schritt Bei der Treppe Keine Ahnung Das habe ich jetzt Missgedingt Noch einer Ob es Ist auf A Ja Ja das war die Rob Ich peek jetzt Linke Seite Hab ihn Ach der ist in der Box Soll Dann peekt er mich genau da Fuck Na gut Solid Er kriegt den NMT Nichts gemacht Nix gemacht außer den Einen Kill Bomb defused Jetzt muss ich mir Irgend so einen Scheiß kaufen Er kauft sich natürlich Wieder eine Farmers Alter Ah fuck Ich kaufe mir einfach Der M4 mit Mit der Arm Und der Helm Ding Das war blöd Weil die wahrscheinlich Mit Pistols spielen Wobei Sie werden mit dem Pistols spielen Noch mit dem Mal Lang wieder Eine Obes war der Ding Ich war von hinten alter Wie kann der durch Apps einfach durchlaufen Oh Das ist so Bombes Wahrscheinlich Also ich könnte in Apps auch drin sein Wo das kommt Unsere kommt gleich von hinten Da wird er wahrscheinlich irgendwie vom B Oder keine Ahnung Ah der ist lang noch Oh bitte peek nicht Ja Schau du einfach Fs rein Kann er da auch nicht kommen Aber ich würde so einen Angle nehmen Wo er zwei Sachen gleichzeitig checken muss Hier Ich würde sogar noch vorgehen Da in die Mitte mehr oder weniger In die Hall Oder wie das ist scheiße Keine Ahnung Ja gut der Gelb Also ich weiß nicht wie der Hier würde ich mich rein chillen einfach Weil da schaut zwar der Orange teilweise hin Aber halt einfach keine Ahnung Ein closer Angle einfach Wobei es so ist Wenn er von hinten kommt Hat er die meisten zu wenig Zeit Weil er müsste den ganzen Weg schleichen Ja jetzt wird er eh nicht mehr kommen Denk ich mal Also er könnte noch schleichen Aber er ist jetzt schon zu spät Ja Ich dachte ich hab dir grad nichts was gehört Kannst du bei Elkin hier hochgehen Ah da war er Ah da war er Äh zwei Orbs glaube ich Und der eine nur Äh ne MP Ich halte links Ich halte links Ich smoke die linke Ah ok Ich smoke trotzdem mal Ich weiß wo wurscht ist Einer ist Einer ist on site An diesem Wer einer ist balcony Ich glaub einer ist low Ich weiß nicht ob ich ihn gehittet Aber ich glaub schon Den hab ich gerade hier umgebracht Ok der ist da Ok der ist da Noch mal balcony oder so Nee Ich hätte nur noch eine Sekunde aufm Diffuser gehabt Aber dann hab ich nochmal abgebrochen Weil ich mich so scheiße Ja weil ich mich so scheiße hingestellt hab Das ist nämlich easy eigentlich einfach machen hätte können Aber dann hab ich seine Steps gehört dann wurde ich nervös Haha Ja what Fuck 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 Feuer in die Hälfte! Ich hoffe, ich kann nicht kommen zu hier. sind ja ja ich halte trotzdem noch hier wissen so gut einer weil die kreis ich habe dann weil sie auf A gestärkt sind habe ich einfach hinter denen der Smokestab gemacht habe gehofft dass ich sie ein bisschen verwirre ich gehe mal in Apps rein und halt die linke Seite kreis so gehen wir mal weg oder hier geht es ja nicht mehr und und eine Kumpel geht es sehr wohl schon B wie ist der dahin gelaufen Wo sind sie? Ah, ah, ah! Wie sie jetzt alle gesucht haben, gell? Oh, das war's für dich! Geh' dich! Junge! Warte, wir droppen was? Schön! Los, los, los! Okay, wir müssen A halten! Ich molly den Scheiß an! Halt, du links! Oh, da ist schon einer! Fuck, ich hätt... Ah! Ich hätt' links halten sollen, was willst du? Ich wollt' unbedingt die Geprosse lang wollen! Naja, das muss eigentlich A sein! Der eine schaut von Welknie da oben so drauf! Ja, lol! Ich hab' Bock auf'm Unentschiedene! Sturzel! Ich blende noch nicht! Du kannst pieken, wenn er plantet vielleicht! Dann ist es ein 3 gegen 2! Ja, der wird wahrscheinlich hinter der Box planten! Nee, trotzdem, der muss planten, also schaut einer schon! Der muss planten! Der wird langsam... Ja, egal! Ich auch nicht! Also warte, wo vor und noch? Okay, scheiße, einen, einen Apps drin! Unten! Egal, er kommt! Nee, der läuft hinten rum über City, fuck! Ja, das ist es können! Hinter dir? Da hast... ja kann man nix machen diese mitten drauf geblendet und du musst noch lang klären das geht überhaupt nicht klar fort aber ganz schön angenehme Spielerspieler wenigstens keine kompletten Vollmongos im Team also der so weil er ist Goldenova 3 der Fahrstunde auf Bizeps ist Goldenova 4 genau der war gar nicht mehr so gut ich hab auch nicht geschaut was die Gegner wie die Super vor sind mach ich jetzt Austritt raus Koppel und Karsch Aussträger warte erstmal zum runterkommen das Hochsyndrom Video anschauen ach so stimmt Koppel und Koppel soll ich Play machen warte ich bin nicht drin ok Das hat schon wieder neue Symptomen ausgelöst. Was dafür siehst du mal? Das. Ha ha ha. Also selbst mein Sputz schränkt es nicht ein. Ha ha ha. Ha 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 ha. Willst du was essen? Ja. Okay. Kamel am filmen. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hör mir diese geistige Schmutz. In der Zübrigen ist Leipzig grad, gell? Echt? Ja. Machen. Also der Ding geht ja öfter. Der hat seine Freundin da studiert, glaub ich. Der Adler soll. Aber der ist jetzt nicht mehr zusammen mit der Alpen. Oh je. Oh je. Neues Fickfleisch. Ha 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 ha. Was machen die da? In Leipzig. Keine Ahnung. Ich hab irgendwie... Ich glaub das war ne Insta-Story. Hab ich's kurz gesehen. Okay. Okay. Ja, verfolgt. Ja, verfolgt. Das ist scheiße. Möchtest du eine Banane? Ja. Ja. Du darfst nicht lügen für das Video. Ja. Du bist wirklich einer? Ja. Achso ja. Ich spiel gern Playstation. Ja. Ich spiel gern Playstation. Ich spiel gern schon neu an. Ne, das ist ein anderes. Achso, leu. Das U-Syndrom. Oder? Ja. Ja. Das Syndrom. Das Syndrom hat mich wiedergegriffen. Schau leu. Ganz ruhig, dass du auf mich aufpassen. Weil ich weiß nicht. Junge. Ich hab ja erst nächste Woche einen Arzt. Dann machen wir heute. Das macht mich fertig. Das hab ich schon gesehen. Junge. Was arbeitet der Junge eigentlich? Keine Ahnung. Würde mich echt mal interessieren. Früher hat er über so Schichten gearbeitet. Und die besten Vlogs waren einfach die, wo er dann irgendwie nach der Nachtschicht früher rumspaziert ist oder so. Fertig war absolut. Aber jetzt hat er irgendwie so einen stabileren Job. Ja, sowieso schon mal Strecken. Nee, das ist ein echter Panzer. Aber mit BNB gearbeitet irgendwie. Ja, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Wie viel mehr Zucker? Ah. Mehr Zucker. Mann wie viel die eigentlich immer aufräumen muss danach. Als dass der alles so überall verschüttert hat ist. Also so, wie viel Zucker. Noch mehr? Noch drei Stück. Was? Komm hier? Drei Stück noch. das ist das ist ich bin ich war schon bei drei Arzten was haben die gesagt? die Psychopharmaka die will mir nicht helfen ich hab einfach nur gesagt wie viel Zucker da drin ist das fällt der Wund oder so schau wie gefährlich da drin steht es wird ein Milchzucker Kaffee hat die nicht mehr Kaffee gehabt? ja, hab ich mir auch gerade gedacht soll ich lieber meins nehmen? ich schaff das ach gut ich weiß genau was passiert ich kann nicht nur in Ruhe zocken beste One-Take ganz sicher fucking Quentin Tarantino schau da ist aber kein Löffel was? da ist kein Löffel wie soll ich den umrühren? da wehen da ist kein Löffel wie soll ich den umrühren? da ist kein Löffel die Löffel die Löffel die Löffel wir haben Fortnitesocken der Junge das ist ein Nachbarn ja oh 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 Ich bin interessiert, ob der Kamel seine Kopf hier wirklich getrinkt, ey. Ich glaube, ich habe da gerade Bloodborne gesehen. Da hat er den Tisch wieder fast rumgeschmissen. Das ist sehr schwer, Bruder. Der immer mit seiner Nase in den Kopf hier reindunkt. Die Nachbarn mal aufgeregt. Ja, ja, bleib ruhig. Ey, 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 bleib ruhig, ey. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, bleib ruhig. Der Kamel, oder? Du süß. Und, hat sich wieder ein bisschen beruhigt? Ja, ja. Das schränkt mein komplettes Leben ein. Seit wann hast du es? Was? Seit wann hast du es? Schon länger, seit Jahren ungefähr. Ich habe es nur niemandem erzählt, oder? Bisher war es noch nie so stark ausgeprägt. Muss ich dafür nicht schämen. Cleanse funktioniert. Englệt. Los. 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 Es ist ja eine Ziez. Los. 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 Those. Los. 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 naja ich glaube wir sollten mal lieber richtig an die frische luft gehen ja komm herzchen mach mal den Schlüssel nenn ja das das Syndrom ist nicht so ein beinbrechendes Video leider war das Syndrom oder anderen Ewe der Sinem Sinematischen Stiles Sinemastische Bedeutung und Bedeutung Bedeutung Pfff, also, er darf einfach mal gegen die Blumentoppläne Na, los, geh spielen! Na Simon! Ja, aber schau' rein! Geh spielen und dann läuft das hinwarten, dass sie noch mal schauen! Wie er da hinläuft, geh! Na, los, geh spielen! Na, los, geh spielen! Das Busen-Pack! Siehst du schon, Simon? Mhm, es ist... Alles ok? Ja! Geh spielen, schau' rein! Also, er rennt jetzt grad 57, 571 Jetzt sind wir bei 47 Ja! Was ist das? Spielplatz Na, los, geh spielen! Alles ok? Ja! Geh spielen, schau' rein! Ja! 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 Was soll das sein? Hast du nicht in den letzten 7 Videos mitgeschaut? Ja! 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 Von den Drehvideos! Von den Ostlern! Ja! Doch schon! Doch schon, aber... Ist lieber... ...Rutschen! Ich hätte das ehrlich gesagt nicht lustig! das ist irgendwie mir peinlich das ist irgendwie mir peinlich ist das dir Spaß? oh ehrlich, guck nicht auf also, ich kann den Leuten wirklich nicht mehr weiterhelfen deswegen werde ich dich einfach nur verschicken wenn du jetzt einfach mal so auf dem scheiß Spielplatz vorbeigehst hier willst du mit deinem Kind da spielen oder so, gell? da sitzt du am Spacken da da kommt ja der Kind ja schon da vorbei schreit die ganze Zeit, uh, hat so ne scheiß Maske, oder? ah, spielst mit CSGO, Simon nejo, CSGO schon ja, feinlich oder? hast du jetzt das ne, ich wirklich, ich komm gerade ich hab jetzt Ruhestörungen und eigentlich gleich dann wieder weg, aber und was für ein Festteil kommst du denn? äh, Geburtstagfestteil ich hätte jetzt irgendwie kein Bock mehr, weil ich dann doch ein bisschen Kopfschmerz bekommen habe aber jetzt hab ich mir gedacht, das können wir dann doch schon noch ins Bonus gehen jetzt wollte ich eigentlich gerade noch einen von Tabletten nehmen Was macht dein Bro? Der ist schön, Brudus. Was gibt's denn dem Brudus? Keine Ahnung. Noch nix. Bier? Schau. Bier hätt ich jetzt auch gern. Ich muss sagen was ich... Das ist halt echt so... Ich hab mich würd's jetzt richtig schön aus und hätt's gelusten, Alter. Mhhh. Ja, ne. Muss ich zu sehen, so ein 24-Stunden-Shop. Äh... Das ist ein Shop, ja. Wirst du doch einfach per Amazon neu zu bestellen? Na per Scorner, per Amazon gibt's? Ne? Per Scorner will ich jetzt nicht unbedingt. Gibt's Gras du per Amazon? Ja klar. Wir lohnen das. Wer hat mich denn eingeladen? Aber Simon, ich hab heute auch schon 4 Stunden gepennt. Also... Nachmittags. Warte mal, wir haben heute in der Früh geklabert, oder? Ne. Ja. Also so... Mittags, Nachmittags so ein bisschen. Das ist in der Früh. Weil du hast mich... Weißt du... Ich hab das Quack von der Stimme, gell? Hallo? Hallo? Ich mach dann so auf. Ich... Überhaupt nicht schenke. Ich seh noch an, dass es jetzt nicht an war. Wie kannst du denn so... Hallo? In dieser Tee... Dann bin ich da mal aufgestanden. Ich hab's erst gar nicht kapiert, gell? Ich dachte, jetzt rupt mich irgendwie an. Was ist jetzt los? Ich hab dann... Ich hab dann... Ich hab mich halt auch nicht gemutet und hab halt dann im Voice Chat geredet. Ich hab dann so... Ich hab dann so... Ich hab dann so... Ich hab dann so zehn Minuten gewartet und dann fangt's voll auf... Ich hab dann immer wieder so englische Sätze inzwischen... Was ist jetzt falsch... Ich hab dann auch... Ich hab dann nicht mehr aufgestanden. Vor allem wieder. Ich hab dann auch ne Y... Dann hab dann was doch gesordert. So, schauen wir mal, ob wir das hinhaben. Wahrscheinlich wird mich hier gleich raushauen. Warum? Weil ich nehm bald noch Trenn, ne? Ach so? Ja, schau mal. Schauen wir dann halt nochmal ne Serie an oder wie? So ne Folge, so ne geschmeidige? Ja, können wir mal. Aber wahrscheinlich nicht mal irgendwas schönes sagen. Sphärisches. Weiß'n, wir haben nichts. Also ich finde, also ich habe Maniac schon in sieben Folgen gesehen, sonst hätte ich T-Tag angeschaut. Maniac, Maniac on the floor. Castlevania, das schaue ich mir natürlich. Man in der High Castle. Also Castlevania, das schaue ich mir natürlich. Ich weiß, das kann ich auch nicht. Also ich kenne es nicht mehr. Ja, das ist so, was wäre, wenn Hitler gewonnen hätte in den Zweiten Weltkrieg. Ja, lächerlich. Dann wäre er trotzdem verreckt. Nach I2 Jahren oder so. Also die Nazis, bei dem haben es gone, es geht aber mehr um die Multgewerse. So, also in dem Universum mit dem Hitlergewinn. Genau, es gibt zigtausend verschiedene Universen. Und da gibt es so ein paar Leute, die können halt... Ja, gut, Headset, danke. Die können halt hin und her reisen. Und die stecken halt gerade in der einen Welt fest. Da, wo halt die Nazis so gewonnen haben. Da gibt es aber auch verschiedene Versionen, natürlich. Und bei manchen Männern ist es ganz lustig irgendwie, was für abstruse Sachen da dann rauskommen. Nur weil sich keine Sauer anbricht. Einmal für sechs, das Spiel, wenn ich Rinder, okay. Ich bringe das Rinder ab. Pause. Ich habe das übrigens hingekriegt mit meinem Stream, dass ich CSGO richtig aufnehmen kann. Und? Ja. Nix sonst. Das heißt, es funktioniert halt. Du kriegst gleich mal ja den guten Spring Key, oder? Achso. Stimmt, den muss man ja nur den Key, gell? Ich glaube, das würde ich breiten. Ja, klar. Ich bin so lange, keine Ahnung, zu meinem Kanal halt. Aber was ist, wenn ich meinen eigenen Kanal promoten würde? Ach, jung, jung, jung. Simon, da will ich aber einen Einblick in deine Finanzsituation haben. Du musst dich hier einmal wirklich. Warum? Ja, ich, ich... dann würdig bist du eigentlich was denn das ist andersrum halt weil ich will dann 50% dann von den Einnahmen ich geh heaven hoch wer ist blau? ne du nicht aber ist ne smoke auf jeden Fall ich hab in die smoke mal reingeballert Tor Tor oh da waren drei Leute help oh fuck dir hätte ich machen können das ist die die Old Doors Trader oder? die Old Doors Blenden Blenden Simon das ist geblenden die Old Doors Trader fanatic wo ist denn der? aber keine müde oder CT schau das ist wieder zu hell geländige aber ja ich hab mal ersten bekommen nice Und ich bin der Ume und ich bin der Ume. E. Tomin Okay, dort kommt auch einer. Und man kann und kann flashen und wir picken, soll ich? Okay, ich haue den... Oh, oder, oder, direkt hinter dir. Äh, über den, weil ich. WTF? Geh ich den bitte nicht gesehen. Egal hinter dir auch noch. Ach, so ein Ding, oder? Fuck. Na gut, wir haben das gut gemacht. Also, das habe ich nur in Stufe ausgezahlt. Dadurch, dass die halt jetzt in der zweiten Runde so viel Money kriegen, ist das echt hart. Ich könnte auch eine AK kaufen. Können wir beinen? Ja. Nein. Okay. Aber ich meine, die, die kaufen sich AKs. Das ist lächerlich, die können besser beinen als wir in der zweiten Runde fahren. Let's get it done. Ja, ne, weil, weil der letzte, letzte, ja, aber der letzte Patch, der war so gemacht, dass du, wenn du verlierst, kriegst du viel mehr Money. Schon in der ersten Runde. Das heißt, dass du eigentlich nicht, eigentlich Ikonen kannst, aber teilweise, wenn du die Bombe da legst, hast du 3500 teilweise. Und das ist halt, oder mehr, also du kannst in eine AK mit Rüstung und sogar noch Granaten kaufen, je nachdem. Oh, lol. High way, high way. Oh, lol. High way, high way. Oh, lol. Ah, drei Hitze, aber keiner auf dem Kopf. Aber das war bisher immer so, weil, ich glaube, vier Treppen, oder so. Ich bin halt einfach normal weiter. Deswegen kriege ich jetzt immer, wenn ich CT spiele, erst mal noch's mal. Achso. Okay. Nee, nee, die einkaufen nicht. Ich hätte schon seit zwei Runden Full-By machen können, wenn ich Deagle gespielt hätte. Äh, Deagle gespielt. Ja, same. Flushbank. Oh, ist A wieder. Ja, geil. Nein, den. Okay. Ich hab das noch nicht aufgerufen, die sind alle unter uns. Mhm. Ah wer tot auf jeden Fall! Einer Jackers Oh lol Einer Jackers noch und einer Blue Ah lol Oh, schade Fuck, ich hätte nicht schießen dürfen, weil die haben mich nicht angeschaut Weiß nicht wie der Gelbe, den er nicht gesehen hat, der im Eck war bei Blue So, ist mir jetzt egal Wie beschafft es der Blaue, dass er jede Runde 1500 hat? Wie? Also wir nochmal Popflashen mich hier Oh, save spot Okay, wirf einfach Wirf Oh, ich lauf gegen ne Wand, scheiße Die erste Smoke von dem einen Boy hat mich gefickt gerade Ja, ich lauf mal D auf den einen Jetzt kommt, wo sind die jetzt? Bei Disney Sind die bei euch? Ja Zwei, zwei A-Main Sind die Letzten Die sind die Letzten Ja 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 Seine war oben auf so'n Ding da auf der rechts Stopp Ich bin der alter Scheiße Ich bin extra vorgelaufen Ich auch Was? Das war ich nur so Zon, Alter Ich heisse extra aufzuschießen So eine Drehse Ich komisch zu zulasten Can you drop me? Letz go, Letz go Sieben fallen, die da sind, umgegangen. Äh, was? Oh man. East side? Ja. Leute, what the fuck? Passt doch. Nee. Du hast nur noch das Knorrelas gekippt. Ja, aber den habe ich nicht gewonnen, obwohl ich voll auf den scheiß Schädel gezielt habe. Ist er da raufgekommen? Über den hinten. War man da ohne Boost rauf? Ja. Wo ist der? Ich hätte nicht aufhören dürfen. Nein. Toll. Was soll ich legen? Ich will einfach mal eine Full Drown. Nur ganz, keine Ahnung. Ganz höchstens Pistol legen. Ne, Pistol droppen einfach. Wer noch? Guck, 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 guck. Hier. 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 Hier liegt noch eine Diegel. Ja, ich hab meine auch gesehen. Ja, aber da liegt immer noch eine. Wo? 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 Wo solltest du den? Wo? No. Wo? 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 Wo tagabel! Wo? Wo? und noch eine ECO die kommen ja A also also auf 2000 Euro kaufen bisschen, bisschen mehr oder kommen die meins B zum B hinschränken die alle A ich die B B könnte ich mit einer ECO tatsächlich eine Zeit lang alleine halten auf einmal wieder welche glaube ich DOR A her DOR ist schon offen aber der Scope da raus was ach von mitte oder wie komm schon ja ich kann halt nix machen die kommen halt immer A keine Ahnung aber wir haben die ganze jetzt können wir wenigstens mal kaufen wir müssten nur sagen wo ich mich aufschauen kann ich Endpunkt probieren zu halten ne machen wir halt einfach zwei Smokes auf A und fertig und halt Positionen die man halten kann aber nicht einer der die ganze Zeit rein rennt und stirbt verstehe ich nicht was der hat ne fucking Scout und stellt nimmt ne close angle da drin stehste und das ist nicht so denn das ist auch schon wieder tot aber er könnte jemand kommen also wie wir immer als Tür ist offen das ist von mir ist jemand ich halte 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 schon wieder ab dass der eine ganze stuße ich bin auch zu dumm gestoßen ich bin da zu weit hinter gelaufen auszusehen ich halte oh der ist auch Zeit ey 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 ja bleib einfach da okay genau BOMB HAS BEEN PLANTED BOMB HAS BEEN PLANTED NET DENACH NET DENACH NET DENACHEN NET DENACHEN TAKE ME OFF PLEASE Nimm sie aber drop sie ihm nicht Wobei das ist der andere egal Ja ich will ne auf Bitte Ich kaufe mir wieder meine Main Waffe Er ist nur ne harten Full-Buy Er ist nur ne harten Full-Buy Oh Fack Oh Fack Alter Junge der ist erstmal gemutet Was mach ich? Ich flasche einmal Und nicht Molly Mit dir kann wieder einer kommen Fack Vielleicht glaub noch einer Ich slasche nochmal Ja Wir haben einen Klick auf Dingens Das sind die letzte bei euch oder? Nein Letzte ist Oh Main Was? Geh nicht rein hier! Ja ich muss sie hier hinstellen Alter Ja Da muss ich reden Ja aber wenn ich halt hier stehe Ja aber wenn ich halt hier stehe Ich muss halt da hin Du kannst ja hin Ja Sonst Ja ja dann Das wird zu gefährlich dass du mir den Header reindrück Ich weg rechts ab Du stehst links aber immer rechts Ich zieh rüber Ich zieh rüber Ich hab aber keinen Utility jetzt Ich mag mein gutes Lisa Ich glaub ich peak einfach Ich glaub ich peak einfach Flushbang Flushbang Throwing Grenade Throwing Fire Flushbang 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 Schade Ähm mitte kommt einer Der kommt wahrscheinlich Von hinten Bei uns oder nicht? Der kann durch B durchrennen Nee ihr habt die Bombe in der Mitte Also einer könnte von Zivik kommen Ja ich schau da Deploying Flashbang Flushbang 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 Ich weiß nicht ob der mittlerweile schon ein Connector sein kann Ja aber dann ist es selber schuld Der war auf jeden Fall B-Side irgendwo da Da hat er mich gekillt Da eigentlich verballert seinen ganzen Schuss Du holst mich das Ding durch Das macht blau Warum geht blau jetzt Warum geht blau jetzt Der geht einfach zu mir Was macht nur Sinn Das macht zu über Du kennst Mittlerweile ist die Bombe ja ungeschützt Weil andere auch weglaufen ist Doch das stimmt Alter What the fuck Was sagen die Ich hab jeden Engler mal Gott sei Dank ist die Bombe noch da Warum kriegen die das nicht mit? Der sitzt da in der Mitte drin. Blasen. Bei dem Containern oder wie? Ja. Das ist ein Typ. Das hängt da einmal mit. Ist das ein türkisches Lied? Popflash da rein. Einmal nur um sie zu delayen. Mittel ist gehalten. Wird wahrscheinlich A sein. Okay. Okay. Doch nicht. Mitte ist noch gecovered, oder? Von dem einen. B ist... Okay. Ja, das sind die B, weil der eine ziemlich weit gepuscht hat. Ich habe einen Hader gekriegt. Ich habe ihn nicht gesehen. Die sind schon auf Spot. Weil der Gelb wäre einfach vorgelegt. Vielleicht... Nice. Oh, Lord. Safe lieber die Waffe, oder? Wir haben ihn zu viel gering. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Ich f*** mal nicht. Ich f*** mal nicht. Oh, Lord. Kommt das Spraynt um die Ecke, oder? Ich bin stark! Ich denke, der hat einen Nähe gefallen. Ich f*** mal alle. Ich f*** mal alle. Ich f*** mal alle. Ich f*** B. Ja, weil ich einen guten Spawn hatte. Okay, ja vielleicht. F*** dich raus, Flash? Ne, der passt schon. Okay, ich f*** auf A. F*** bleiben auf B. Ja, ich f***. Okay. Du musst deine Waffe durchschauen sehen. Ich slasher einmal, Michi. Ich resmoke, äh, Ding. Der ist rechts, Michi. Dabei f***. Okay, f*** ich glaub das ist... Ne, der, der lebt noch. Dort jetzt. Kann ich ihn mollen? Uh, ist das ein Geschirr, das kommt? Oh. Ich schiesse mich ab. Ja, ich flashmitte. Voll blind gewesen, Alter, weil die so nach rechts geflogen ist. No. Fuck. Den habe ich nicht getroffen. Äh, wie schlägt. Oh, da ist noch einer. Der Mann ist tot. Nein. Das passt schon. Oh, die Guacamole. Das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Die lieben Dorr, Alter, ohne Witz. Das soll ich Dorr halten? Was? Ich könnte da einfach reinhalten. Ja, wenn da wir kommen. Ara. Guck mal hier. Die müde Papageien, glaub ich. Linkkopf Ara. Rotkopf Ara. Ich bin gleich wieder zum Singern, der Typ. Ne, ich pieg nochmal weh. Das ist mir eins für mein Kommentator. Was? Papagei, oder wie? Papagei. Kann mich hier mehr hoch droppen? Throwing smoke. Wo? Ich kann ja das selber. Grenade out. Okay, ey, man. Das ist ja immer richtig. Smoke. Ja, gut. Scheint wohl. Ich halte zwar noch. Ich geh mal her. Oh, weil ich geh bitte. Deploying Flashbang. Ja, muss eigentlich A sein. Der eine hat so gut wie ganz B gecleared. Mitte ist auch keiner. Okay, der eine schaut nach hinten. Ich geh jetzt einfach mal mit A. Geheben raus. Bitte schaut keiner. Ja, ich schau jetzt wieder Mitte. Wollte nur. Der ist, Dorrs ist einer. Mitte sehe ich auch keinen. Können natürlich B gehen, nicht. Okay. Äh, hat drin Hits. Es war auch ein scheiß Pose wie gestanden. Weiß ich. Ich schau jetzt B. Oh, lol, doch nicht scheiße. Äh. Bisschen A. Ja. Ich flash mich hier. Hinten. Oh, oh. Wir haben ein bisschen hoch. Einer ist noch ein Mann drin. Einer ist noch ein Mann drin. Immer noch unter dir. Ja. Oh fuck. Es hört sich aus, aber ein sehr close-up. Ja. Okay, einer ist bei Redskrutz. Bester Spieler, Wuh! Warum auch immer! Guck das Kattchen! Ah, wir haben die Runde geholt. Ja, krass. Eine easy Runde. Ah, Alter! Können den blauen drauf. Weil das letzte Runde auch ist. Was ist das? Ach so. Die Flash von dem... B. B. B, B! Noll! Oh, der fuck! Der hat eine Aube hinten, aber ich hab gemollied. Keine Ahnung. Aaaaahhhhhh. Das hat er einfach nicht. Einer von Side ist tot. Einer ist mit einer Aube wahrscheinlich. Steht hinten noch irgendwo. Weiter weg. Nicht auf Side. Ah ja, checkers, 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 checkers. Aber... Können defuse, glaube ich. Ja. Oh, schade. Muaahhh. Egal. Na ja. Ja genau, wie kriegst du das schießt, alter. Ich hätte ihn sogar umbringen können, während er wirft, aber ich hab meine Maus dann zu schlecht in der Hand gehabt. War mein Fehler, ja. Drei Leben noch gehabt, weil schon die ersten Flammen bringen mich um. Das war halt wirklich... Eine Sekunde. Schade, schade. Okay, gehen wir Mitte auf B. Ja. Also über, über Heaven. Also über Heaven. Also über Heaven. Also über Heaven. Also ihr könnt ja auch über Heaven gehen. Ich hab's dran und ihren fucking... Tschutschiglern zu. No hate, aber. Da hat die Greck. Oh, ich hab keine Moni! Verlier getroffen. Oh, shit alter! Schieber A. Schieber A. Schieber A. Nice. Einer ist noch A. Also einer ist noch A. Genau. Blau. Hier kommt jetzt? Oben. Ja. Und da, anders war da auch. Hihi. Beide Heaven. Einer kommt jetzt rechts hinter dir. Lauf einfach mit. Ich hab's dran. 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 Oh, lol. Oh, fuck. Oh, lol. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir werden Hans-Milio. Scheiß Die-Göe. Hätt' ich treffen können, die scheiß Schüsse. Hätt' ich treffen können die scheiß Schüsse. Schieß ihn ab. Für die Punkte. Schieß. Was ich eigentlich auch hätte machen können mich, Alter, mich bei Sandbags verstecken und dann einfach wieder B gehen. Das hätte glaube ich auch funktionieren. Kann mich jemand boosten? Kann mich jemand boosten? Keiner booste ich nicht. Ich kann auch boosten. Okay. Closed könnte halt dann hier auch jemand sein, weil ich schau da gar nichts nicht drauf. Ja, einer ist Sandbags. Bei Doors ist er. Standbags, Dad. Da kommt ein Stein davor. Doors könnte auch einer kommen. Closed ist keiner. Okay, komm. Danke, Berit. Ich schau nicht auf der Doors und auch einer war. Ich sag's doch auch schon wieder. Ja, wenn ihr beide auf den Eingang guckt, dann denk ich, es ist okay. Ne, ich hab nicht auf den Eingang geguckt, ich war boost. Aber ich versteh grad nicht, wie der erste Scout Schuss wieder nicht getroffen hat, Alter. Langsam frage ich mich echt. Äh... Ja, ach so. Ich baue mich jetzt, ich baue mich jetzt irgendwo auf und fange die Leute da ab, okay? Ich, ich hab zwei Flashes, ich hab zwei Flashes, wir können Mitte rennen. Dann flashe ich. Dann gucke ich, dass von A keiner kommen kann. Äh, okay. Orange. Ah, okay, keine Ahnung. Ich flashe einmal Mitte, trotzdem. Flashe nochmal. Flashe nochmal. Oh, lord. Full flasht. Das ist Mitte, Highway. Ja. All wir haben die Bombe da angekriegt. Wir kriegen ja Kills, heller. Okay, der letzte ist... Fuck. K, oder? Ja, ja, K. Ja, sieht man, holt sich den gleich. Schlafen, wir sind gut. Bissen, gut. Hahahaha. 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 Warte, die zur Vorbereiteten, die er für Angriffe verwenden kann. Oh Gott, ist das schlecht. 16 kills only negge. Hahahaha. Hahahaha. It is time now, my brother. Hahahaha. Hahahaha. Warte, wie smoket man denn hier nochmal richtig? Hahahaha. Oh, das ist so schlecht. Oh, warte, wie smoket man denn hier nochmal richtig? Mahaha. Fak, so nicht. Ha, ha. Hahahaha. Hahahaha. ich kann nicht mehr ich will nicht mehr deshalb ich weiß ich weiß er war da ja ich glaub das ist Fork oder Highway Crossed jetzt auf Side noch ein Links das war der Loh da hat er sich nicht bewegt seitdem Hätmanns Pung Längere als ein Penis ein Penis? ja, schmier aber mit einer anderen Waffe wir haben sie auch we kill em all schmier push mi push mi hey jo my oh lol er ist Checker es ist einer Dos der eine B der ist glaube ich low A ist clear Ja, man kommt jetzt Ja, aufwürdig also der eine ist durchgelaufen und keiner abgeknallt vielleicht versteckt der sich irgendwo keine Ahnung ich bin nicht laufend bei Tür und einfach beide richtig low ja stellt euch beide Ramp hin warum liegt ihr eh ja eh Main meine ich, egal oder so gibt hier nur einer und dann könnt ihr eigentlich alle irgendwas da locker abdenken was? ok zählen wir hier genau der war Sandbag die ganze Zeit kann das sein ja ja jawohl maldicht maldicht so macht der Spielkraft nie gespart hit man der w der h Gers Gerd gelb kommt das verpflichtend wieder die gegen die Foto in der Flushbank! Da 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 Manab Manab Babada Bum 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 Doll Einer hat gepusht Doar Das ist natürlich eine unglückliche Art und Weise zu sterben Einer ist oben Catwalk Wo ist der Simon? Ich stehe am Rücken Da ist auch einer Einer ist Catwalk Und einer war K Oder sowas Einer ist Mitte Einer kommt jetzt Mitte Ich glaube boosten wäre gar nicht so schlecht sogar Ich weiß nicht Wann wir machen? Das Problem ist Ah! Step Mitte Mitte gepusht Mitte gepusht Nicht mehr boosten B B Noch einer Nice Ok noch einer bringt ihn um Und dann ist der letzte auf A sein Da musst du aufpassen dass der da pusht Geh rein Mitte Ihr könnt von A pushen Geht B Der schaut Mitte 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 Geht einfach auf A drauf Der erste geht mehr oder weniger auf Side Der zweite hält die Äh B mein ich ja Geh auf Side einfach Dau Ja Geht für die Sieben Ja Moment Hallo Steck dich einfach Na schau nach da unten Die schauen meist nur der Kopf schaut eigentlich aus also Und leg die Smoke irgendwie noch irgendwo hin einfach so dann schindelt meistens nicht auf die Bombe Ja genau so Scheiße Ja einer ist einer 7 oder City So machen wir das unter dem Telefonieren gell? Ich sperr doch nicht ziemlich lange in dem Eck und ich dachte jetzt auch nicht mehr, dass wir die Runde verlieren, deswegen Ah Will mich wer boosten, wie rediert? Hier schon Freilie, Freilie 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 Okay, Main ist wer Ich habe es erst auf die Erde gezielt Ich habe unseren Fluchtweg verdingstelt Und wie die nie Highway spielen Ich fähre jetzt gerade nach hinten, da soll ich finden, dass niemand schnuckt Ja, ich schaue Checkers Kann auch da schauen Oh einer ist Connect da Hab ich Ja Oh lol, was war das für ein Flash, Alter Ich fang die immer auch Fuck In dem Rande war die Die Bombe Wollen wir B-gehen? Okay Okay Das ist jetzt blöd Oder ich gehe mit Xaver durch Mitte einfach Keine Flashes Aber Ding ist auch gestorben Also A dürfte glaube ich clear sein Bleib mal Ich bleib mal hier oben Okay Guck ob von hinten einer kommt Ja A ist hier Und ich habe ein bisschen Blick Also von hier Keiner CT Mit der, wo der von hinten kommt Er kann nur CT kommen Ja, 10 ist CT, sah auch nicht Na okay Da habe ich jetzt nicht reingeschaut Aber dann kann ich eine Granate rein nerven Das hat doch wieder zugemacht Hallo So, jetzt müssen wir mal schnell spielen Ich muss jetzt eigentlich schon losfahren Warum? Ich muss meine Eltern einmal abholen Ich hab ja auch keinen Bonus oder wie? Na ja auch bei dem Geburtstag Dann holt seine Eltern 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 Dann holt sie Ja, ich will sie Ich weiß nicht, ob ich mich da noch freue Weg, wirklich Weg zum Gehen Ja Einer kann gleich Heaven rausgucken Ich schau, Heaven Ja, Heaven, Heaven Ich weiß nicht, ob er kommt Nein Doll, wie er mich immer da Onside Mitte, glaube ich Unten Im smoke In the smoke Kommt Headshot, glaube ich Ich komme nach dran Doll Ah, doll Ah, fix Headshot war der aber schon onside Ja, du kannst von da vielleicht kriegen Ein Junge, der Fanatic Boy ich glaubte es läuft nur nicht sicher ist ja nur er hat dann die Pistole in die Hand und er hat es unser rechte Seite Alex links und links bei dieser Dingsbocker Kürzl ich habe gerade auf den einen nicht geschossen weil das war voll komisch und ich habe gerade auf den einen nicht geschossen weil der andere in Checkers hinter dem an der Wand war und dann geht der Pfeil da so runter weil ich das so eingestellt hat und dann dachte ich das wir umso wollen OXA OXA ja das ist ein Mock ja oder? das ist das harte Ding ja ich habe die Pfeil versprochen ja die Bombe pusht ein Tor der highway einer ist noch einer ist in checkers noch die letzte war checkers also kommt city wahrscheinlich auf der highway also simon hört ihn wenn er da lange Ali retard warum bin ich ein retard ich weiß auch nicht was ich gemacht habe bin halt gegen den gestorben kann mich immer kann mir was droht ich bin wollte die nachdenken nirgends gespielt ich hätte auch gebraucht ob die die europäische die 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 Oh fuck. Danke. Hihihi. Gönn. Ich, Junge. Heilgäu ein. Oh, Mitte. Kommt gleich. Moly den. Moly. Also es kann sein, dass überall... Shit. Ah. Er hat nicht... Also Connector könnte noch einer sein. What? Oh shit. Den hab ich nicht. Komm hören. Ah. Naja gut, dann spülen wir wie der Neck ist. Ja. Job mal, Simon. Okay. Eine AK. Eine AK. Wer noch? Ich auch. Eine AK. Ja. Und meine AWP. Und dann hat's glaube ich wieder... Ja. Oh, fuck. Schon wieder. Oh Gott. Ah, Mann. Das ist nicht mit Absicht. Die, die, die. Die, die, die. Die, die, die. Das ist B. Wie stirbt nicht der bitte nicht. Ah, dann komm ich B auf. Schon wieder so lächerlich. Ah, Junge ist schon wieder geflasht. Oh no. Headshot. Oh fuck. Ah no. Ah no. Ah no. Die Besten grad hassen die Runde, glaube ich. Ja. Ah no. Ah no. Wie ist das nicht zum Wirken? Hab ich mal dreimal geflasht, bevor ich ein Gegner sehe. Wie heißt das? Ich war zweimal geflasht und hab dann eine Brand ins Gesicht bekommen. Ja, ihr müsst halt einfach drauf achten. Da steht ja im Chat drin. Was du wieder beim Wendt? Nein. Mein wie in der Bratsch. Ich geh nicht an. Der ist, der ist close, ne? Hab ihn. Oh, leu. Heaven is da auch noch reinauf. Heaven is the little. Headshot hab ihn auch. Boah, der ist der Spray, Digga. Ich messer ihn, ich messer ihn! Oh doch nicht! Fuck! Meines Fusses! Na ja, zieh zieh. Voll reingekaut. Kommt so in Schatten reingehuscht und setzt sie hier. Genau, insbesondere. Oh Gott. Ey, wenn ich danach wieder Konrad würde man gerne noch mal entspielen. Das Klappen wir grad. Aber wie hart dumm ist. Das Klappen wir grad. Doch, das ist hart, Alter. Oh Leute, ich bin gegen die falschen Eingang gelaufen. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! I planted the bomb. Bomb has been planted. Oh wait. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Der Spot ist ungut. Oh fuck! Oh fuck! Der Spot ist ungut. was nicht gut ist ich kann mit 720 Pixeln streamen Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das hier und das da, dann wählen wir noch das hier, gut. Das habe ich gemacht, das hier und das da, dann wählen wir noch das hier, gut. Das ist eine Macarena. Das habe ich gemacht, das hier und das da, dann wählen wir noch das hier, gut. Das habe ich gemacht, das hier und das da, dann wählen wir noch das hier, gut. Das hier und das da, dann wählen wir noch das hier, gut. Das war das, dann wählen wir noch das hier, gut. Das war das, dann wählen wir noch das hier, gut. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Ich habe den Typen erst entdeckt nach so einem fucking Interview mit dem Laugh-Typen. Weiß ich nicht mal. Egal. Der Andrew Hales. Schauen wir mal die gute alte Wein-Compilation aneinander. Ja boah. Hallo? 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 Hi, I'm a Jehovah Witness, and I'll- Oh my god. Are you okay? Yeah, I'm fucking meditating, dude. What up, dude? You wanna smoke down? We just smoked. We did? Yeah. For sure. Dude. Oh shit. You wanna supersize that for $10? Yes, of course. Oh, it's actually $3. I would've paid $50. Okay. And I'm not fucking around. Hey, can I get a pepperoni? Pizza with it? Yeah. Pepperoni pizza. Okay, I got it. Fucking iPhone box on it. Are you okay? What's going on? Hey, hey. You wanna buy an omelette for $5? So, you guys coming to my party? Who? You guys. Just me. Oh, well. You going? You're never going to get back. Wow, I didn't even do anything. You're jacking off. It's just a sack. What? I was just... No shot. Now, why are your eyes on your head? Are you smoking? No, he's got weed in mine. Something in mine. Smoking something. Smoking weed. What's up, little man? Hey, you want some, uh... Weed? No. Hey, mom. Candy. I got some in the house. What? You got Skittles? Hey, why don't you go watch football with the boys? No, it's on the radio. What? You don't want to watch football with the boys? Then I'm blind. BLEEP! 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 Yes! I'm really glad that you got sick. I'm really glad that you took me to the Lego movie. That was hot. The Hunger Games. I'm just kidding. Oh, can we show up? Can I take care of water? Yeah, uh, what's good? Chill, just chillin'. What's good with you? Hey, I like your car. Thanks. Hey, you want to grab some food? Yeah, I'm bad. Yeah. No, that's alright. I'm not hungry. Later, mom. What's up? You boys going to see Uncle Cracker? Give him a hat back, Jordan. Do you want to go see Uncle Cracker or no? You guys at least seven years ago? No. Why? Movie's rated R. Smoked mad weed and cigarettes. That is dope. Here you go. I'm so sorry. I'm friggin' stomach hurt. You ate a lot last night. What'd I eat? All the walls. And the ceiling. Fuckin' sick. Nobody's gonna make funny for being chubby. We're short. This is high school. They're gonna make fun of your list. Stop! You got your kaki pants on? Cuck a penis. No. It's kaki pants. Cuck a penis. Cuck a penis. Block shop buckshot. What do we want? Weed. Why do we want it? Weed. I already said that. What do we want? Weed. I'm confused. No, officer. I'm not hot. I don't even smoke weed, so. What's up, dude? I'm on you. Hey, bro. Can I get a sip of that water? It's not water. Vodka. I like your style. It's vinegar. What? It's vinegar, pussy. If you're a woman, you're beautiful, okay? You're supposed to be doing your freakin' homework. That's my fucking dick, mom. Listen, dude. We're gonna be famous. What was that? My tube. What? My tube. What are you doing, huh? What then, dude? Yeah, but like, what's with the- Recording myself just in case, dude. What about you? Recording myself just in case, too. I mean- I just want to date the type of guy that goes bum beyond. I just want to date the type of guy that pays for parking on a Sunday. That's the kind of stuff that really butters my egg roll. Hey, dude. Nice Volkswagen Beetle, dude. It's a Porsche. Nah, it's a sick Beetle, dude. It's a- It's a- Really? We don't know. It's a Porsche. What do you want, you little f***er? I'm here to pick up your daughter. Taking her out on a little date, huh? No, we're actually taking her to a foster home. I don't understand what everyone's obsession with. He's a Zane kid. I Google him. Now I understand. He is f***ing hot as sh- Mom, I don't- I don't want to go to church. Well, you'll be saved. There's no saving this, sweet piece of ass. Do you ever, like, wake up or do- Uh, like, do something and you're just like, What the f*** is going on? Hey, do you want to go to the movies? No? That's what I thought. What? Yeah. Are we about to f***? Hey guys, I love Mexicans. Which is why I just bought a bur- Uh, they spelled Grand Rock. Fucking Mexican. I love them. Hi, my name is an alcoholic and I'm Evan. Son, are you dad? No, no. Have you been drinking beer? No, dad, I'm smoking it. Do you have any experience with children? Uh, I chill all the time. No, like a baby. I was one of those. What do you do for a living? I'm an artist. Really? What kind? A sandwich artist. Like at Subway? Look, are we gonna f*** or what? Plus Cleveland's football team called the Browns when their helmets are orange. They should be called the Cleveland and Clementines. Fuck! Sir, you have emphysema. What's that? It's a chronic illness. Chronic. No, you can't smoke that anymore. No, I got a card. Sir, you're ill. Thank you, dude. If you type in 800845, it says boob. Who's that? Where'd it go? Hey, dude. Nice Volkswagen Beetle, dude. It's a Porsche. Nah, it's a sick Beetle, dude. It's a- It's a- It's a Porsche. He's cute, right? What? Evan, congratulations on graduating. I got you a vacuum. It's for college. What the f***, Dan? I'm not gay. Okay? I'll have a Coke, please. Pepsi, okay? No. Just give me a beer. I thought you didn't drink. I do now. Apparently, until the burn on my neck heals, I will not be able to vine without a bunch of 12-year-olds being like, did you get hickey? You know, I'm not really, uh, I'm into old 21 Pilots. Hey, how about you shut the f*** up, okay? How about that? What? You and mom are getting divorced? Well, where's mom? Cause she's hot. The first time I had checkbox, I thought I had smallpox, and I was anxious. So that's when I started smoking weed. Hey, what do you think? You're cool or something? Oh shit. You have Netflix? You have cobble? No, I don't watch TV. What do you do? I watch porn. You f***ing cobble? You wanna go to my aunt's house for dinner? You talking carpenter aunt? Are we having sugar cubes? Or my aunt and uncle? Your uncle's married to an aunt? What are you- Is that a subscription? Yeah. You don't have any money. Yeah, I do. Shit. Would you steal it? Hey, what's up, buddy? Dickbuck. Whores. Everyone made fun of me cause I got a pink bathroom, but guess what? I'm redo- My dad's redoing it, so screw you. A sign here? Nice! My headphones! Excuse me? I ordered these this morning. That was quick. Sir, that's a- Did you order a pizza? Yeah. I've been waiting for like an hour. Hmm, that's interesting. But what's also interest- What is also interesting is that I don't give a shit. Sir, did you witness the murder? I don't know. Did I? Uh, it's- Hey, this is gonna be on TV, right? Listen, Becky. I can't be friends anymore. Because you're too hot. Well, it's all of my- Hey! You're pretty hot. Like boi- boiling water. Cause you make my noodle soft. What do you do? I'm a comedian. Where do you perform? On Vine. On Twitter. Hey, what are you drinking? I'm a lesbian. I'm a lesbian. And I'm a Republican. Just because I like women. Me too. Small world. We should go out sometime. Well, sir, I'm sorry. You can't eat that in here. Why? You can't just bring whatever you want into the restaurant. Oh, come on, Debbie. Sir, if you want some pussy, you're gonna have like a menu, okay? If your mom tells you to walk in school, cause your car's dead. Tell her to have some positive energy to a negative energy. Maybe it will charge her fucking car, dude. I'm running back and I won't be here. Hey. Don't put your cigarette butt in there. It's an ashtray. There is a child in Africa that would have smoked that cigarette butt. Okay. We should, um, you know, go to the bedroom. Are you serious? It's 3.44. This is Promptown Pigeon activity. What's up? My name's Kenneth. Sir. I enjoy riding pipelines. I tape shells to my ears so I can always hear the other- All the best part about gaining a little weight is I do not have to iron anymore because my will stretch out the fabric. Aw, he just honking me? He just honking me? You alright, man? Yeah, dude. Dude? Nice. Such a short dude. I'm not short, I'm 5'8". Fuck. Have you ever had In-N-Out? No. What? Really? Yeah. How? I don't know, dude. Okay? What the fuck? You and your homeboys wanna go fishing? Or babes? Just kidding. Hey, honey, I think you smiled at me! Hey, do you wanna maybe get some tacos? No, I don't like tacos. Why did I say that? I was just kidding. I was just kidding, too. I did not leave. How are you wearing pants? It's like 80? I don't know. I haven't worn pants in like 9 years. Sweet. I hate pants. Okay. I get it. Oh, you, uh, doing okay? Oh, yeah, I'm absolutely throbbing. What are you doing, man? I meant thriving! Why's your dick hard? Cause I saw yours! It's a girl. Babe, what was that? No, no. Hey! Are you gonna knock it off back there? Or am I gonna have to come spank you? You're gonna have to come spank me. You asked for it, buddy. I had a really good time. Heh. We should do it again. No. You wanna meet my dog? Yeah. So sad for that bird. Hey, do you guys ever talk to me Australian? Yeah. What does that mean? Alright, 8 out of 8. As you can see, based upon my dope new air conditioner, I'm addicted to money and women. What do you wanna be when you grow up? Vice President? Hey, can I um... You already signed the papers, sir. Rip them up! You guys gave me a loser! What? 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 What, dude? I don't speak Chinese! Yeah, I'm sweating like a friggin' pregnant lady, dude. What, man? You don't fuck my wife. Make sure you don't make a mess, okay, Jeremy? Okay. You little fucking piece of shit. Hey, would you fuck a black guy? I don't know. That's racist. I fuck all black guys, because I'm not racist. You can't piece of shit. Hi, I'm Kevin. Fuck! Excuse me. I meant Evan. My Kevin. I wish that I could grow a beard over my entire body. Be the ultimate badass. Get the chicks. What, are you playing Pokemon again? No, I'm living in... What did you just say to me? It's not even a card. Oh shit. Oh shit. Hey, are you in a doorknob? Because I wanna unlock my way to... I'll stick a key in your vagina. We should hang out again. You don't seem like a creep. This weekend for your birthday. How did you know? Just guess? Oh, I thought you... What's up, babe? It's gonna be cane to cane, Tom Dudley. It's December. You know what that means. Debbie, shut up. December. Isn't that relatable? Have you ever met a Debbie that you said anything other than that? If I could talk to anyone, I would talk to Kanye West. Be like, your wife's got some fat frickin' pooper cheeks, dick. What do you mean? I think I forgot to lock the car. Are you driving a van? Nobody's gonna... Yeah, but I left my kid in there. Your kid's ugly as fuck. Nobody wants to... Yeah, can I have a Coca-Cola? Yeah, here you go. Thank you so much. I didn't order a cheesecake. I ordered a Coca-Cola. No, I'm not going. What? I already told you. Are you high right? No, I'm not high. Okay, I'm a little bit high. Hey, I just wanted to wish you a happy International Women's Day. Yesterday. Now it's just back to guys, I guess. For the rest of the year. Yes, I was born in Idaho. I love potatoes. You better now, but I think... I didn't know potatoes until they're in Idaho. What if your parents named you Herb after some super dank weed, but nobody knew that, and they thought that you were just some fuckin' loser named Herbert? Hey, have you ever seen Frozen? Frozen pizza? No, but I was gonna order it. No, I'm down for some pizza. For sure. Mom, get the fuck out. That's cool. What? Hey guys, I'm... Dang it, Dad! I fuckin' fixed it! There's a chicken wings falling from the chewing. Hey, Dad's here with food! Thanks for the corn, Dad. So I heard that you and Christine remember. I'm sorry. She died. I know, I just didn't want to remind you. This is her funeral. Fuck off. Boy, that was a lot of penis emojis. You know what I'm sayin'? Jesus. Don't take the Lord's name in vain. Sorry. I'm just trying to download this freaking Kanye song. What did I just tell you? So, uh... Five... Plus four is nine. Sixty-nine. Ha! My dad's makin' me take the trash out, and I'm like, screw you dude. Screw you. As you can see, on my dope new air conditioner, I'm addicted to money and women. Oh, that's it for this tonight, too. What do you... To do for fun? Softball. Oh, damn it. Sorry, I didn't know that you were a lesbian. Hey, welcome to... Oven Show. First guest is... Peter... Peter Griffin... Then... Nobody's gonna make fun of you for being chubby. Or short. This is high school. They're gonna make fun of your lisp. Stop! You wanna get out of here? Yeah. You call an Uber? No, I call live. What's Uber? What's live? What's in this? Okay, now it's just the party zone. Am I right? Or am I right? Hey, bro. Little sweaty, huh? You just work out? Good for you. No, I just ate. I'm sweating because I ate four Big Macs. So suck my dick, pussy. Mr. Janitor, dude. I got a problem in the bathroom. I was dumping in the urinal. Why? Why are you doing that? Cause it's friggin' hilarious. Dad, are we there? Does it look like... SeaWorld? Yeah. I don't know. There's tons of dead animals. Hey, those are birds, not whales. And the whales are only dead inside. Hey, guys. I wish I was eating pe... drinking penis... breast milk right now. Because I love peanut... Women. Is that vodka? No. Well, it sure smells like it. I'm not giving you any. It's mine. Fuck off, dude. Hey, guys. Sometimes I'll act like a centipi... Uh, millipede? I'm a centipi... I'm a millipede. And I'm on your floor. Welcome to McDonald's. I thought this was Subway. I'm really hot. This is McDonald's. I thought this was Subway. Wait, did I already say that? I just wanna experience the world on a multicultural level. That's awesome. Mestibles, resorts. Let's not really get fucked up, you know? Ask me if I give a fuck. Do you give a fuck? What? Do you give a fuck? Stop, man. What are you doing? It's starting to get a little cloudy. I hope it rains. Catch some dogs. Cause that would be delicious. People name their kids after months. Like, what's next? Years? 1994, you better shut your bitch ass! I just woke up. It's like three... Mondays. I'm about to go fill it Applebee's, whatever the fuck, to get onion flour, so... Creatine, get my arms real big. Everyone says I should start working my legs out, but I... Hey, what's up? My name is Logan Slimcock, and I'm here to party. So... You were my middleman, cause... It's like, the toenail. I'll go get you a dressing room. You know, honestly, I think I'm gonna do everyone a favor and get dressed right here. We don't do that. Really? By the way, I talk in my sleep. Oh, yeah, that's fine. Fuck you, Evan. You ugly piece of shit, turtle-looking motherfucking ugly cunt fucking rat. That'll be $74. What, for Slim Jims? Oh, yeah, you got 69 of them, dude. Are you high? No. Me neither. Yo, how you turn the volume up on this thing? On what? TV. It's up. Oh, hey, are you Tom? No. Sir, you're under arrest. For what? For living in sin? Why don't you go ahead and... Dude, I freaking hate getting gas. I wish I had an electric car, so that I could electric-y myself and never have to get gas again. You wanted that? No, I'm going to my grandma's. Grandma's are the paradigm of banality in Western civilization. You spent my mind on that relationship. You don't go to me. Thank God. You got nothing in my brain. You got nothing in my brain. But I keep moving Stop, stop, stop moving Oh, these fucking, these European streams have the worst reddit clips of all time What the fuck is that? That's front page reddit What the fuck was that? Get some better shit And like this fucking stewy fucking shit What the fuck is that? Jesus Christ Oh, let's watch this Watch everybody hate swag while we wait Nice What was it, everyone hates Braggs? Bragg, everybody hates swag, yeah Everybody hates swag? Alright, I'll watch it Fine, fine, fine Can you make sure that you see it at 71, 70? Thanks, baby See you shit Ah shit, Cray Bragg, you're 1v1 these guys right now? That's my voice You stole the content from my blog I think I remember this wrong Who is that? 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 Sam, that was so well made, man Could go highway, could go... Jesus Oh, that's a hard swing That's a hard swing You're on catwalk I think he's gonna grab... It's Braggs, he's gonna grab catwalk He's probably gonna go spawn He's gonna go spawn He's gonna go spawn Wait, Braggs is gonna win this It's gonna be funny as fuck I haven't called it I knew he was gonna go truck there, man I knew he was gonna go truck there, man Oh, he was gonna go CT Where's the bomb? Is he, like, in the middle of the basement? Of course, Braggs is still prime deep as fuck I don't know, he can say it I think I whip here Oh, that's been cool Oh, that's been cool You didn't do it Oh, my god, I thought it was defaulted Oh, fuck, man, Braggs fucking sucks Oh, shit Oh, shit Oh, it's close, man Oh, it's close, man It's a Bollie hit Bollie hit Oh... RAAA Why'd you peek, dude? What do you mean, why'd you peek? Oh, my god, he's all being connected Okay, let's go It's Bollie Why am I in these shtick-ass clicks? Jump down, Desi Oh, he destroys me here Alright Fuck! That's just, like, standard Bragg shit, dude That jump that he took Does he have the bomb? Nope Is he banana? I have it What the fucking potato quality is this? What the hell? What the fuck is Davy's camera, dude? Shit, looks like I was recording a cell phone from fucking the 80s This view model is the most disgusting thing I've ever seen in my fucking life What? 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 All these jiggle feeks, I remember them Those steps are HELLO Like, this is when Terak was still skinny He literally jiggle feeks it a million times Oh my god Oh my Oh my god Dude, fucking shoot I got it Dude, actually though, like, how the fuck did he not shoot for all those jiggle feeks? Like, who doesn't shoot right there? Who the fuck doesn't shoot all those jiggle feeks? This is when Odi Sight, one more, one more sight Sight, one more, one more sight Push that hole WOOOOO Fuck, man You did that, man Swagnite me, little fucking cuck kid Cuck kid Triple? Pushing Brax Brax, what sight? Oh, this old guy Get him, get him, get him in the open Get him, get him, get him in the open Get him, get him He fucking one glocks Oh, he's dicking on you here Are you guys fucking kidding me with that shield? Is that when he stripled you? Yeah, yeah, yeah Awww He's a little fat Alright, save her, guys Oh, he's teaming Oh, he's teaming Oh, he's by the box Oh, he's on low Oh, you're mad He can't get it, he can't win He can't win No, he can't, he can't, don't worry He wins it He can't win He's on it He's on it Uhhhh Fuck it Oh my god Oh my god Get out of town I've never seen that clip Bro I've never seen that I've never seen that Let's make this one, don't worry Oh my god I'm creeping too heavy I'm gonna smoke down Rax is way too good man Rax is way too good man Oh no Is it Bungie, what the fuck? Oh my god, no That was Bungie He was pretty good He's Bro, how does he do this? I got you Is the molly bad or good? I can't tell Why can't you up to a sideway right now? They counter boost it, dude Wow, yeah How is that even possible? Yo, I remember I was so mad Yo, how do I boost the guy He was? He's Bro, how does he do this? Bro, how did that? Bro, who was? There's a molly bad or good? I can't tell I'm walking up to a sideway right now They counter boost it, dude Why can't you up to a sideway right now? Well they counter boosted, dude Yeah, how is that even possible? Yo, I remember Yo, I was so mad Yo, how do I boost the guy up mid and then the CT counter boost He just made... He had to have made the jump himself But how do you not notice that from on top of the boost? Wait, what the fuck? How did that... Die waren wahrscheinlich direkt drunter dann, als er da mit dem Bunnyhop da rüber ist, wahrscheinlich bis zu der Box. How does that even happen? Am I fucking simul- Meep meep! He's- he's killing me through the fucking- What? His face is so serious. Next one obviously didn't play one for six. Next one was pretty goddamn funny. I bet he's offing Dino. What was that? He's offing up to D on the right. He's gonna get spanned. Why didn't he pick up the off like fucking Nate? What the fuck? Ahem. Ahem. I find that so shit that- That he's on Netflix- That he's really fucked through the middle. Dutch Netflix. Dude. How'd he kill me even? My fucking head's not tucked? Eh. He's already on here. This is so scary. Fuck. So many people just getting mad as fuck dude. I love this video. Oh! Oh my god. Oh my god. There's so many people that just have like no reaction cause they don't even know what to say. Steal yourself. Nevermind. On the left! He hit him. This is winnable. Ryan. Every time Ryan's in mumble, his voice is just in the background. This is winnable. He got shit on me. See you later. Scope! 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 Oh my god. He's so much better than- Gooo. features. Surprise motherfucker. In the air. Oh lord. Fuck in the air. Yeah that's some good shit. CS has said they're fucking meme. That's right! I'm highest in a fucking bird. You just killed me in the air. Come across the map he killed me in the air with a C-Z. Oh, fuck, that's good. Holy fuck, that's good. Oh, that's some good shit, dude. Good job. Oh my. Was that jumpshot or something? It was, yeah. Jesus, man. Swag. Sorry, Max. One quad. One quad. Oh my god. Oh my god. Is that the call? Stop the call. Fucking jumpshot. This is a fucking intense close-up. Shit, come on, what the fuck. Set up, you go to fuck. What is Swag doing? What is Swag doing? He just wins the round. I think I'm going to call him a little cuck now, dude. What is this? What is this? This turns out fucking amazing. Come on. What is this? What is that? I'm so good. I'm so good. I'm so good. oh no oh no it's not me again again me oh my god aim for the head jason this isn't source dude i did so much not even intending i don't know maybe he is drop drop nice who was that right or you did it again what is that bunny hop by shawdy there's oh my god what the what hold on don't you fucking don't you hold on hold on he's coming he's coming he's coming kill him kill him no 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 come on just kill him man oh no God damnit Brax give me the fucking iron pronunciation What i've learned from this video is you can't knife me ok i lied fucking lie dude thats all i wanted Ahaha! Das ist hier. NOOO! NOOO! Hahaha! I hope Dahlia comes in his backhand as well. Oh! Ja, da ist ja! Honey, please no no no! What's he doin'? Honey, I won't be loud. Sorry, dude. Last one, I promise. What's she doin'? Oh, I know, I know. I'll turn it off right away, I promise. No, I will turn it off. I will turn it off. Why are you sweating? It's a game! Why are you sweating? Why are you sweating? Why are you sweating? Why are you sweating? It's a game! Do you want me to peek him? Dude, where's Brax? Yeah! Yeah! Woah! Woah! Shit, dude! The end! Oh! Oh! I love how they put the kill you! Goddammit! I can smoke it! Oh, me again! You're pissed. Five times. I know. No. 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 Jeez! Wait, did we do it? Wait, did we do it? Wait, did we do it? Oh, this is me. Oh, I know. It's not what it does. It was last November. Oh, my god. Ach du Scheißel Der Junge ist so, was der f***? Retzel ist so, wie Cash-eating. Ich denke, Brach geht's all four, aber... Cross, Flashing Doorway. Er hat einen stupend Schaden. Oh, oh. Oh, no. Jason's face! Looks like he just seen some shi- Oh, my. God. Alright, man, let's try. Good job, guys. Wer von dir ist? Swag? Ist der, schaut der da gerade zu, oder? Er ist Brax. Ist der da oben rechts, oder? So, Swag ist Brax, oder? Oh. 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 Alright, everybody hit Swag. Thanks for watching, guys. Ponder, nice edit. Interesting way to finish. He's a god, dude. Oh, my god. That shit was so good. Oh, my god. Fuck, Brax. I kinda wanna play rank S right now, now. I don't know how... Die ganzen guten englischen Serien gibt's aber nicht auf dem deutschen fucking Netflix. Weißt du, es gibt kein Office, es gibt kein Parks and Recreation, es gibt kein... ... ... ... I'm here with the Battle of the Egos. It's the Steel and Mo show. I'm amazed you two haven't killed each other yet. Let's just do an A-Hit Sure I'm watching for the B-Push right now I'm gonna look at this A I'm gonna look at this A I'm gonna look at this A Uh, Moe Yeah, Moe go A with them Is that- MOE! MOE! NO! What the fuck? I wasn't watching this B-Push I wasn't watching B-Push Why? I forgot I was a T You wanna boost me, Shroud? I'm flat I don't know This is weird Josh, now listen Josh I literally turn around He's looks at me and turns away so I see for ourselves Moe You literally- Did he pay you to do that? Like, what the fuck? You literally- No! I think he thought he was a T I saw him on radar I looked on radar So I turned around And he's just standing there behind me And shoots me in the back of the head You- He literally walked past your crosshair Moe How much, first of all Uh, how much of that is real? Cause I think a lot of people are talking about like you guys You know, flaming each other and shit It's B-Clank! Moe It's not my fault What do you mean? There was a lot of things being unwatched What do you mean? Like- AHHHHH So- Why are you running with your knife on the right to open up? Cause you're there! I assume it's clear You don't call that- Someone could be flinking You don't call that- Someone could be flinking Yeah, I did, didn't I? You have a 5-7 Give me a fucking- Also me! Give me the AK then! If I get an empty here And then they'll give it to you He down Get the fucking AK God dammit If I had the AK! You drop it out in the middle of fucking nowhere, Moe! You have 4 health and you wanted the AK, I'm leaving I had 100 health! I just lost all my health fighting a guy after I picked up an AK that's not even- On the way to the fucking bombsite! Locked it! Throwing a grenade! Deploying flashback! Defusing! Fantastic! That's so easy! Always buy a tit! Always buy a tit! I just don't know why you decided to hang onto the AK for 10 seconds then drop it away from me when you're about to engage with the enemy! How does that make sense, Moe? It throws them off! No, it throws me off and it fucks us! Fuck you! I'm already mad! I'm already fucking Moe! Yeah, you just need me Moe, you fucking piece of shit! I'm rushing! Yeah, do it! I hope you fucking die! I'm gonna die! In game! Anytime they hear us bickering, it's all in good fun! We're boys! I disagree, I hate his guts! Fucking piece of shit, Moe! What the fuck? Shut the fuck up! What the fuck? How's that my fault, dude? Shut the fuck up! You know it's your fault, shut it up! Shut up! You're an idiot! You're being a fucking jackass on purpose! I know you were being a jackass on purpose! Mousepads! No, shut the fuck up! You're trolling! Shut up! And, uh... You said we're gonna keep it simple! Like, I don't know! No, I'm kidding! Yeah, it's all in fun! Uh, we're just doing it for the fans, really! That's the only thing I could've done! I'm going big! Only play as long A! Oh shit! Did I get you? Yeah, fucking own me! Josh, look, look at this! What are you doing? Look at this! I'm shooting them! I can't- STOP! Moe! I'm in a fucking gun battle with them, and you're just team flashing me! On A, obviously! Obviamente, I'm down A! He's in here! No! Lord! Fuck you, Caboose! God! You gave him a P90 with bullets in it, Moe! How do you die? Just hold mouse one! Yeah, 30 health! Why are you team flashing me? Mother! We're really happy with each other, I think! He has 8G helmet! That's heric! No, he's stealing! He's in the door, in the door, in the door! He's in the door, in the door! He's in the door, in the door! He's in the door, he's in the door! How is he getting these kills, mate? I've landed in the box! How is he getting these kills? You're the worst! Did you really just point blank here? Let's go! Couldn't kill me as I was zooming in! You were on, up and missing all your shots! Elevator! He's on ramp! Moe! Oh my god, no! Fuck! Under you, under you, under you! Elevator! He's planting safe, planting safe! He's planting safe, planting safe! Find a place! He has to run up on you, so... He's done up? I think I need to restart, but nothing's sitting! Oh my... I don't know if I should laugh or cry! Do I laugh or cry? What the fuck? I don't know! I don't know! I don't know! I completely lagged up for the entire round! I admit I missed a couple of shots, but uh... You know? You know? You know? You missed a couple every round, dude! I was watching him! He's getting the bomb by arch right now! The bomb's at arch! He's running to site now! Maybe 30 damage then! The bomb has been planted! In a three- advertising day! In a three-day crime! Touchdown causing cranks? Into the enemy! And the alien in command is very wild! Ja. Mir wurscht. Wollen wir erstmal was zu trinken? Könnt schon mal Go machen. Schau mal wieder Kasch. Kusch. Kusch. Let's roll. Ich hätte schon mal Bock mehr richtig einbrennt zu bürbeln. Mit dem Los Vilos. Ich geh im Tank am Smoken. Joa, Joa, ich brauche Hilfe hier. Widos. Hör auf den, hör auf den, brr brr. Ich dachte ja, Markus war so ein Bruni. Alter, was ist das? Eieee. Ich hab' ich voll nicht krach. Ich hab' nicht so gestarten. Widerspruch. Widerspruch. Ich hab' irgendwie einsacken. Neue. Widerspruch. Ja. Widerspruch. 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 Das ist aber halt die Hälfte war schwarz, äh, bis zu kürzen. Das ist auch so mini hier, oder? Ja genau, ich hab das im Stream gesehen. So klein. Läuft der Stream mehr, oder? Das ist aber eine 3.000 Viewer. Ganz schön, ich muss das Bullshit machen, ja. Ich hab das Respekt für die Hälfte. Komma! Ich geh zu los, oder wie? Ha ha! Der ist schon tot, oder? Na, du, du f***ing daft, du, du! Oh, der zart passt vor, oh oh. Oh, dang! Oh, lol! Ich hab abgedrückt noch, Alter. ja legged out hello boys hello 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 sir hey where are we now is the time from here the bunny ops the combat the fish I'm the entry fragger sir 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 the guy is out oh 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 hey why you don't go terribly come ah Ah jungen, jetzt ist der Punkt. What the fuck? Nice move. Jungen. Ich hab die alle im Headshot weggemacht. Wie wieder der im Headshot war, hab ich umgelegt. Brutal war das. Kranke Runde. Die Runde geht's wieder ab, ey, das war ja die schon... Boah! Stein, die Stürze, ne? Nein, und die Fracks gemacht einfach. Ich booste dich auf, oder? Nutscht mich. Achso, du hast es drauf. Wir haben einen... Stein. Ich hab dich, bro. Ja, man. Ich hab dich. Roteing to B. Alter, von wo? Achso. Junge. I feel your pain. Yeah. Alright. Oh, you're me. Oh, that's what they say to me. It is time now, my brother. I can't believe that's all. Grenade out. I can't believe that's all. I can't believe that's all. I can't believe it. Hey, you're still here, man. Was ist denn am Uren der Önergültig? Nein, nein, nein. Was ist denn am Uren der Önergültig? Kabil, Fäini. Ja, das war. Let's go, let's go! Das ist wirklich ein WB-TV, das ist. Arrrr. Fäini. More gun. Throw in the flashbang! Fäini. Fäini. Wür dropdownberish! Fäini. Jeden ein Iran-BIAN-DVуем. Wir müssen nach Wend kommen, oder? In the heaven, oder? Wir, ab, ab, ab! Nice! Ja, schau! Bei den Jungen sind schon in den Jungen. Schauen wir es. Willst du auf? Schauen wir es. Grenade! Molotov! Oh, ja, ich bin so... Oh, ja, ich bin so... Hey, Junge! Was macht die... Oh, ja, ich bin so... Oh, ja, ich bin so... Ja, ich bin so... Ich bin so... Nein, nein. Ich schraube die Blastbank. Schraube und Feuer! Wir haben die Wege gespielt, oder? Schraube. Safe. Lilla war da raus, Lilla. Ich werde ohne Arme und ich. Vor hast du ein Börder, hast du ein Börder. Oh Ich habe einen Checkers rein, die Molle. Justin. Per Baller geht hier. Hitshot ist auch gerne. ich habe mich noch nicht gesehen, dass ich die Das war Riesen Ich habe ihn verliebt Simon, in dem humanos Ja Das war doch er ist die Norde das ist die Norde er ist die Norde du bist die Norde die Norde Ich dachte der war noch im Leben, das hat mich gedacht. Machst du einen auf Moe oder wie? Wie ist das am Schlechtemann versorgt? Na gut, ich kann mir halt AK leisten ohne irgendwas. Move it, move it! Nope. Grenade out! Smoke! Der A ist gerade noch gestorben. Ich habe eine Böja. Oh, ich habe einen anderen mit dem Tufall. Okay. Oh shit! Oh man! Ach, BAN! Mit, mit! Hey, hey! I'm Blanton! Der letzte Band, also noch eine Band. Hey Bomb, hey Bomb, go, go, go. Ah lol. Ich komm halt wieder, ne Akala ist noch alles. Ach, das geht so toll, dass wir wieder kommen, Mensch. Come on, come on, let's go! Wieder boosten? Ich will nicht mehr lagen, kann man. Go, go, go. Mark. So, go, 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 go. Röben! Wechsel, ich gebe um die Uhr. Hey, der Dom. Das war mein. Ich weiß nicht, wie ich es machen kann. Ich bin ein T-T-H-O. 2-B. 3 sind auf B. Boah. Ah, f*** ich kenn! So ick. Ja, hätte ich mich zu gefällt bei dem, wenn du einen Check hast, dann hätte ich dir helfen können viel früher. Ich muss mir sagen, wie man das macht. No smoke. Einfach da reinschmeißen. Und dann! Smoke! Throw in the car! Let's throw in the grenade! Smoke! Left way B, f***. Braba, braba. Ja, okay. Ich habe es. Ich habe es. Ja, das kann ich auch nicht viel machen. Ich glaube da war irgendwer hinter dir oder vor dir. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin ausgeräum. Ich verräum. Ich verräum. Ich bin nicht mehr. Ja, ich bin nicht mehr. Mit der Pusht. 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 Mit der Pusht.